Man muss halt auch irgendeine Droge erlauben, damit die Leute die Spannung abbauen können. Und psychedelische Drogen sind halt auch nicht gut geeignet zum schnellen Spannungsabbau. Also da ist Alkohol natürlich viel besser. Alle sind total überarbeitet. Ja, und dann machen die sich halt irgendwie eine Flasche auf oder sowas. Und dann hast du relativ schnell den Spannungsabbau. Hey und herzlich willkommen zurück beim Set & Setting Podcast. Hier spricht dein Host Jascha. Und wenn du das erste Mal hier mit dabei bist, ganz kurz, worum geht es hier? Aber psychedelische Substanzen wie LSD, Psilocybin, DMT, Mescalin und so weiter und so fort sind ja eigentlich Drogen, so im Volksmund. Aber es gibt dann doch eine ganz große Unterscheidung eigentlich zwischen dieser Klasse von Drogen und anderen Substanzen wie Kokain, Alkohol, Methamphetamin oder wie auch immer. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, genau diese Substanzen, diese psychedelischen Substanzen in unserer Gesellschaft zu normalisieren, viel darüber aufzuklären, zu zeigen, dass sie nicht einfach nur Substanzen sind, mit denen man die Realität vergessen kann, sondern eigentlich genau das Gegenteil, mit dem wir die Realität, unser Bewusstsein erweitern und intensivieren können. Dinge über uns herausfinden können und auch neue Gefühle in uns entdecken können, Verbundenheitsgefühle und vieles weiteres. Genau darüber sprechen wir auch heute mit unserem Gast, Dr. Marc Benecke. Ich freue mich mega, dir dieses Gespräch präsentieren zu dürfen. Für mich war es auch etwas, worauf ich mich sehr gefreut habe, mit Marc zu sprechen und einfach mal zu schauen, hey, was sind eigentlich so seine Ansichten zu Psychedelika? Ja, falls du Marc noch nicht kennst, er ist Forensiker und ist so, man sagt, Deutschlands bekanntester Forensiker. Also bis vor einem Jahr kannte ich ihn auch noch nicht, dann wurde er, ein Zuschauer von uns hat ihn mir zugeschickt und irgendwie ist es dann einfach so entstanden, dass wir dann doch so einen Podcast gemacht haben, weil er sich tatsächlich viel für Cannabis-Legalisierung und generell das öffentliche Bild gerade rücken bezüglich Substanzen, psychoaktiver Substanzen einsetzt. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant. Und dann vor ein paar Monaten, vor zwei, drei Monaten, haben meine Eltern mir gesagt, ja, der Marc Benecke, von dem habe ich jetzt das Buch gelesen und der kommt jetzt zu uns in die Stadt nach Göppingen. Und dann werden wir den sogar live sehen und ich so, hä? Ja, den Marc, mit dem habe ich bald einen Podcast, den kenne ich auch. Also selbst meine Eltern, die aber überhaupt natürlich nichts mit Psychedelika in dieser Art zu tun haben, kennen ihn. Das heißt, er ist schon bekannt, aber eigentlich gar nicht direkt für Psychedelika, aber er ist schon ein sehr interessierter Mensch. Und genau so ist unser Gespräch eigentlich auch abgelaufen. Wir haben über alles gesprochen eigentlich, schon sehr auf Psychedelika fokussiert, sind aber sehr ins Schwelgen und ins Philosophieren und in den, ja, wirklich, es war ein schöner Austausch, in den sind wir reingegangen. Und es ist sehr interessant, wie er in Kontakt mit Substanzen, mit Drogen zum ersten Mal gekommen ist, was für Erfahrungen er mit Psychedelika gemacht hat, wie das sich bei ihm auf die Natur verbunden hat und auf den Tod ausgewirkt hat. Darüber haben wir auch sehr viel gesprochen, über auch den gesellschaftlichen Wandel. Was so ein neues Gefühl verbunden hat mit der Natur, wenn wir das einmal richtig erleben und spüren, was das mit unserem Verhalten machen kann. Können wir überhaupt noch Tiere töten und essen, wenn wir einmal dieses intensive Verbundenheitsgefühl mit allem um uns herum wahrgenommen haben? Und wir reden über das Gefühl von Offenheit, das Psychedelika ja auch sehr in uns auslösen können. Und ohne vieles, vieles weitere, eigentlich will ich es dir ja jetzt gar nicht vorwegnehmen, aber eins meiner Lieblingsgespräche in der letzten Zeit gewesen. Und ich würde sagen, ja, lange genug rumgeredet. Viel Spaß mit mir und Dr. Marc Wienicke. Wir reden ja heute vor allem über das Thema Psychedelika. Das ist ja für dich schon irgendwie ein interessantes Thema. Ich habe auch gesehen, dass du da ein bisschen was dazu gemacht hast. Hier mal so ein Artikel, da mal eine Aussage dazu. War das schon immer so bei dir oder war das jetzt erst eine Folge dieses kürzlich Erwachten, dieser Renaissance der psychedelischen Substanzen, das ist ja jetzt in den letzten Jahren wieder ganz groß gekommen? Oder bist du jemand, der schon vor 20 Jahren das irgendwie spannend gefunden hat? Nee, ich komme da aus der alten Zeit. Also Köln war ja zusammen mit Berlin, Köln vielleicht sogar noch früher Techno-Hochburg in den 90ern. Und einer meiner Freunde, der, wie soll ich sagen, waberte da auch mit rum in den ganzen Substanzen, die da eine Rolle gespielt haben. Also MDMA wurde ja interessant, weil das auf rechtsmedizinischer Seite, kriminalistischer Seite und so weiter, da wusste man nicht so genau. Angeblich sind Leute dehydriert und dann dachte man, vielleicht ist das ja eine Stoffwirkung. Andererseits konnte man das so nicht richtig sehen, was daran jetzt giftig sein soll. Und das wusste man ja schon von LSD auch, dass das eigentlich, LSD an sich ist ja nicht, so viel LSD kannst du überhaupt nicht zu dir nehmen, dass das giftig wird. Also wie jetzt Arsen oder sowas. Und da war da so Rumgeeire und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Koks war da natürlich auch unterwegs, aber nicht so viel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das spielte eigentlich keine Rolle. Und da war das noch sehr faszinierend mit den, würde ich jetzt nicht unbedingt Psychotrop nennen, aber passt ja eigentlich auch. Auf einmal hast du so eine Wohlbefindens- oder Stimmungsveränderung oder so eine Unängstlichkeit eigentlich, Unängstlichkeit auf einmal. Und da waren Pilze schon unterwegs. Also das war schon irgendwie, wie soll ich das sagen? Also jetzt gar nicht so wie so Go-Up-Sight-Trans-mäßig, sondern wirklich auch in so, das hat man damals auch gar nicht so unterschieden, sondern das war einfach so wie die Disco, wo normalerweise immer Disco war, der lief jetzt aber halt Techno. Und dann halt eben auch drei Tage lang bis montags, mittags oder so. Und das fand ich interessant. Die chemischen Sachen fand ich eigentlich langweilig, weil ich meine, dass du durch normale Chemikalien in Tablettenformen irgendwie sehr, sehr leicht, auch in geringster Menge das Wahrnehmung und Bewusstsein verändern kannst und so, das dachte ich mir so, ja witzig. Ich meine, das ist jetzt hinreichend pharmakologisch bekannt, aber dass du mit Pilzen war, deswegen spannend, weil da gab es eigentlich an Literatur, gab es eigentlich nur diese Bücher, wo so ein bisschen so alle möglichen Substanz, zum Beispiel PCP als Angel Stars stand da noch drin als Substanz, wo man auf jeden Fall die Finger von lassen sollte. Das würde total nach hinten losgehen und da, also in den, also drogenpositiven Büchern stand das drin. Während zum Beispiel bei Muskatnuss stand drin, ja okay, kann man machen, hat man aber sieben Tage Kopfschmerzen von hinterher. Also das war nur aus Erfahrungsberichten zusammengestellt. Also man hatte gar nicht mehr, als dass einzelne Autoren diese Erfahrungsberichte hatten, von BKA, LKAs und so weiter, das konntest du eigentlich vergessen, weil die das noch zu sehr rein kriminalistisch gesehen haben. Also da gab es diese berühmten Poster, wo du dann, weiß ich nicht, waren dann 72 verschiedene Pillen, Ecstasy-Pillen drauf abgebildet. Da kannst du auch nichts draus lernen. Und das fand ich spannend. Dann habe ich zu dem gesagt, ja lass das doch mal mit den Pilzen, das interessiert mich angucken, weil ich auch noch andere Freunde, die sehr eigentlich, ich will nicht sagen konservativ waren, aber sagen wir mal, die schon eher steif waren, die das auch interessant fand. Dann dachte ich mir so, okay, von MDMA hast du ja diese, wie gesagt, diese weniger Angst, dieses mehr Zugehen auf andere scheinbar, obwohl es einfach nur ein Abbau von Hemmungen ist. Von Alkohol kennt man das auch, dass man auf einmal da leichter mit Leuten umgehen kann. Also da dachte ich mir mal, sehen wir das mit so einer Art bisschen natürlicheren Wirkstoffmischung, wo man jetzt auch nicht so genau wusste, was damals los war. Weil klar war schon das Psilocybin und so weiter, das ist klar, aber ich meine, das ist ja offensichtlich, wenn du eine Pflanze oder ein Tier oder jedes Lebewesen anguckst, da ist ja irgendwie mehr dahinter. Ach so, und das Letzte, was ich spannend fand, das kannte ich auch schon, dass die Leute, die nur Psychotrope-Substanzen wie LSD oder Pilze genommen haben, sonst gar nicht, also nur diese, sonst keine, dass die halt so dieses, auch diese äußerliche Veränderung, also erstmal dieses Ruhige und dann diese Selbstaufgabe, also so Pflanzen, Tiere, der Fluss, die Wolken und so weiter, das wurde alles interessant und gleichzeitig diese äußere Veränderung, auch teilweise von Christian Retsch oder sowas, wo man das auch sehr deutlich dann äußerlich sehen konnte. Also da dachte ich mir, okay, also irgendwie ist das spannend. Ach so, und jetzt kommt das aller, aller, allerletzte. Und viele von den MDMA-Kids, die haben auch sehr früh aufgehört. Die haben dann so gesagt, als sie 16 waren oder sowas, haben die gesagt, okay, das rühren wir nicht mehr an, weil irgendwie haben wir an dem Abend scheinbar 1000 Freunde kennengelernt, aber heute weiß ich nicht mehr, wer das war, da habe ich keinen Bock drauf. Und das kann man ja jetzt von LSD oder Pilzen, kennst du das nicht. Also da kommt ja keiner an und sagt, hör, auf einmal hatte ich 1000 Freunde in meiner Freundesliste, würde man heute sagen. Das ist mir zu blöd und so. Vielleicht sind da auch Idioten dabei und so weiter, ja. Und das haben wir dann mal ausprobiert. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, wie mild und freundlich und unaufgeregt das zu dem Ganzen, was ich jetzt vorhin geschildert habe, das Ganze war. Und ich so, what? Ist denn jetzt das ganze Drama da drum irgendwie und so, ne? Und gleichzeitig war es so, dass einer unserer Psychologie-Professoren, der hat dazu keine Silbe verloren jemals, aber der hatte in seinem Ausbildungsschränkchen, also früher war das ja so, dass man, wenn man einen Kurs hatte, hast du für alle Teilnehmenden dasselbe Buch gehabt. Das heißt, er hatte zum Beispiel, ein Regal hatte der, welches war das denn? Ach ja, von, äh, vom, äh, vier, warte mal, äh, Moment. Ach so, das ist, äh, ne, ähm, LSD-Psychotherapie von Grof. Ach, ja, 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 hab ich auch gelesen tatsächlich. Ja, und da dachte ich mir so, aha, das hat er als Lehrmaterial mal benutzt, jetzt rührt das nicht mehr an und so. Wahrscheinlich gab es irgendwelche, irgendwelchen Zoff, aber hat er noch da stehen und das, mein, das lässt er jetzt nicht einfach so da stehen. Also da will er, das ist auch im Statement gelesen, ne? Und hat, äh, hat aber nichts, ich hab ihn auch nicht angesprochen, weil ich, weil der, der kam aus der biologischen Psychologie, also der hat, äh, sich eigentlich gar nicht so, also zum Beispiel Tiefenpsychologie oder auch, ähm, irgendwelche anderen, damals modernen Richtungen, Wirtschaftspsychologie und so, das hat den überhaupt nicht interessiert. Und dann hab ich gesagt, gut, der biologisch-psychologische Bereich, der ist interessant und dann haben wir da halt nur zusammen was gemacht. Also ich war da Student, ne? Nicht, nicht jetzt als wissenschaftlicher Kooperateur. So, und von da an dachte ich mir, so, ja, okay, damit ist die Sache jetzt erledigt. Also ich hab's jetzt verstanden. Und dann fand ich aber doch interessant, dass, äh, das, was ich da so kannte mit dieser naturverbundenen Selbstauflösung, dass das bei mir vielleicht stärker ausgeprägt war als bei anderen Leuten. Und da hab ich mir gedacht, vielleicht ist das doch eine Langzeitwirkung, wenn du das sehr, sehr selten nimmst und dafür aber sehr stark darauf achtest, was dabei passiert. Also nicht als, äh, ja, weder als Rauschdroge, wie man das früher genannt hat, noch als besonders spirituelle Droge. Oder Betäubungsmittel. Betäubungsmittel, genau. Noch als Partydroge oder wie auch immer, sondern wirklich so eher, mal gucken. So, der Weg ist das Ziel. Mal sehen, was passiert, ne? Und hab da auch zeitlich kein, mir kein Limit gesetzt. Und dann war das aber so, dass das wirklich sehr, ähm, tiefe, ähm, Überlegungen, die aber auch jetzt weiter zu nichts geführt haben und dann auch jetzt nicht irgendwie so depressiv verdreht waren. Also, es ist einfach so da gewesen. Und ich hab den Eindruck, dass das auf jeden Fall diese Spur hinterlassen hat, der, was auch im Tierschutz und im Umweltschutz jetzt eine sehr große Rolle spielt. Ähm, ich wusste gar nicht, dass jetzt LSD oder, oder, äh, Pilzpsychotherapie jetzt doch wieder so langsam richtig kommt. Ich hatte da die Hoffnung schon fast aufgegeben. Besonders bei PTBS ist das ja eigentlich sehr naheliegend, aber gut. Und für mich war das dann eher so, dass ich mich immer gewundert hab, warum die Leute aus dem Umwelt- und Tierschutz, warum die nicht auch diese, äh, Grenzenlosigkeit gegenüber dem restlichen Universum haben. Weil ich dachte mir so, ja, aber die müssen das doch auf jeden Fall haben. Ich mein, die wollen ja Tiere befreien und retten und Pflanzen retten und das, sogar das Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes, retten und so. Aber das hatten die alle überhaupt nicht. Dann hab ich mir gedacht, hm, wer weiß, vielleicht hat das was damit zu tun. Und jetzt, äh, hab ich neulich bei der Lenin Society mal einen Vortrag von dem gehört. Das ist, glaub ich, der Sohn vom Sheldrake, der so ein Buch über Pilze geschrieben hat. Und der ist, der erinnert mich auch, äh, extrem an diese Leute, die sehr, sehr häufig, äh, nicht LSD, sondern wirklich Pilze genommen haben. Und der, äh, ist auch so ganz fein und versponnen. Ich weiß nicht, ob du, hast du den schon mal reden gehört? Also der, der Vater, ich denke mal, das ist der Vater der Sheldrake, der hat so eine Idee gehabt, dass die ganze Erde so wie ein lebender Organismus ist. Und der bezieht sich nicht auf Pilze. Und das stimmt ja auch. Also wir wissen das ja von Schleimpilzen, das ist ja weder Tier noch Pflanze noch Pilz. Ähm, das ist ja, äh, sehr interessante, und, und die haben ja auch diese, diese sehr überraschende Intelligenz, äh, Problemlösungsintelligenz und so weiter. Also anders als Krähen, die dann halt einen Gegenstand benutzen, dann sagen wir Menschen, ja, okay, ne. Das ist halt ein Gegenstand, sondern sie machen das ja wirklich so wie, wie Computer eigentlich, oder wie ein Gehirn das macht. Und, äh, da ist mir das auch nochmal aufgefallen, zuletzt, dass der auch so, der ist dann eher so wie ich, also der, der setzt voraus, dass andere Menschen verstehen, dass diese Pilznetzwerke real sind, also unter der Erde, und dass die Pilze, die aus der Erde rauskommen, halt nur die Fruchtkörper sind, aber dass diese, diese echte, weltumspannende Pilzgemeinschaft und eben auch Schleimpilzgemeinschaft, dass die wirklich vorhanden ist. Also das ist so der ganz grobe Bogen, in dem ich mich da aufgehalten habe. Ja, ja. Ja, hast jetzt ganz viele Türen aufgemacht, die ich interessant finde. Auch, vor allem wie Psychedelika, wie so eine Erfahrung, eine nur, so ganz, ganz tiefes, strukturelles Denken auch verändern kann. Was du gesagt hast, wie manche sich dann verändern, auch äußerlich, aber auch von ihren Ansichten, die Verknüpfung zwischen Veganismus und Psychedelika, finde ich auch sehr interessant. Also bei mir war es zumindest so, also ich glaube, ohne die Erfahrung wäre ich nie so weit gekommen und hätte gesagt, ich esse jetzt kein Fleisch mehr oder sowas. Ich hätte gar nicht, ich wäre gar nicht so verbunden gewesen mit allem außerhalb von mir. Ich hätte ja nie diese Verbundenheit auch wirklich mal gefühlt, sondern klar, ja gut, rational, ja ist schon scheiße, was wir da machen, klar, aber das Leben geht weiter. Aber wenn du es halt einmal spürst, dass du Teil des Gesamtorganismus bist, dann ist es halt schon schwieriges, wegzuschieben. Es geht immer noch. Also ich kenne auch Leute, die nehmen ganz viel LSD und die, also die, keine Ahnung, es gibt auch hier, wie heißt der, Joe Rogan, der ist Jäger und der nimmt auch Psychedelika. Also es ist keine Grundvoraussetzung dafür, aber ich finde es trotzdem interessant, wie tief diese Erkenntnisse gehen können. Und so wie ich jetzt dich verstanden habe, waren deine, war das auch für dich so? Also würdest du sagen, dass diese Erfahrungen damals irgendwas Großes jetzt verändert haben, was auch bis heute in dir nachhalt, oder war es eher nur so, oh ja, spannend, ich habe mal reingeschaut, ich gehe wieder raus. Okay. Ja, ich will, sage ich sofort was zu, ich will noch kurz was sagen zu dem Jäger und so. Ich denke, du kannst natürlich auch die Substanzen, besonders wenn du sie auch mischst, kannst du das natürlich auch wirklich nur zur Partybereicherung benutzen. Da muss ich aber sagen, das finde ich eigentlich relativ jetzt sinnlos. Ich habe mir in den letzten Wochen diese KI-Kunst in Berlin angeguckt und die ist komplett 100 Prozent wie der klassische psychodelische Trip, sagen wir mal. Also dafür brauchst du die Drogen jetzt gar nicht mehr. Also das ist jetzt 2022 tatsächlich überflüssig geworden. Die Frage ist, ob du die Empfindsamkeit dafür haben musst, sonst funktioniert es vielleicht nicht, aber das ist auf jeden Fall interessant. Und der Jäger, der kann ja aus seiner Sicht auch ein starkes Naturempfinden haben. Der sagt vielleicht, okay, der Wind, die Vögel, die Geräusche, das Knacken der Äste, also dass der da so eine, so eine ganz merkwürdige Verdrehung davon erlebt, kann ja auch sein, weiß der Teufel. Also ich, da würde ich gerne nochmal kurz reingehen, dieses Jäger-Ding. Also das hat mich nämlich in letzter Zeit auch ein bisschen so bewegt. Also ich annehme mich auch vegan und so und, aber irgendwie hatte ich trotzdem so dieses Gefühl, wir sind ja so komplett entfremdet von diesem Produktfleisch. Also das ist ja einfach, keine Ahnung, es kommt so ein lachendes Bärchen bei uns auf den Tisch und das war halt mal ein Tier und das will ich natürlich nicht unterstützen, weil es ist halt einfach, ich weiß nicht, es ist halt inhuman, es ist einfach komisch. Aber was ist denn, wenn man selbst erlegt ist hier? Was ist, wenn man denn in die Natur geht, nicht jetzt irgendwie in irgendeinen Zuchtbereich oder so, sondern komplett natürlich ein Tier fängt und es erlegt? Also das habe ich mich so gefragt. Ich habe mich so ein bisschen auch dafür geschämt vor mir selbst, dass ich mir diese Frage stelle, aber ich stelle mir so die Frage, so ist da vielleicht so ein Teil in mir, der das gerne mal probieren möchte, wollte? Vielleicht gibt es da einen bestimmten Kick oder Nervenkitzel dabei. Ja, gibt es garantiert. Ich meine, alle Lebewesen, sogar Hummeln, spielen ja gerne mit Bällen, da jagst du ja auch einen Ball hinterher und freust dich, wenn du den Ball hast. Klar wirst du den Kick da schon haben, nur ich meine, da wir ja jetzt im Winter 2022 miteinander reden, also die Jägerei ist halt völlig überflüssiger Quatsch, weil das dient ja nur der, sagen wir mal, Nutzbarmachung von Nutzwäldern. Also insofern ist das ein rein industrielles Produkt, auch wenn es im ersten Moment wie Natur wirken könnte. Daher kommen ja auch so Sachen wie Blair Witch Project und so, dass der Wald auf einmal unheimlich wird. Ich meine, klar, früher waren da Räuber drin, aber was soll dir jetzt passieren? Ich meine, okay, gut, du kannst ganz viel Pech haben, dass ein Wildschwein oder so dir über den Weg läuft, du dich dumm verhältst, aber im Grunde in einem natürlichen Wald bist du wahrscheinlich eher von Zecken bedroht, als von dem, was man jetzt normalerweise da vermuten würde. und deswegen denke ich schon, dass du, sagen wir mal, dieses, von mir aus auch Naturerleben oder Menschen erleben, was du sagst, dieser Kick oder dieses Spaß da dem Tier da den Hals umzudrehen und das zu fangen und so. Das kann schon sein, dass du das haben kannst, aber ich denke mal, dass es eine Frage dessen ist, wie deine Persönlichkeit halt sowieso aufgestellt ist und vor allen Dingen auch wie tief du, danach hattest du ja vorhin gefragt, wie tief das Ganze in dich wirklich einsickert mit dieser Selbstauflösung. Und ich glaube, wenn du mal den Punkt erreicht hast, wo die, wo du zum, also wo du eigentlich, wo du noch bei dir bist, also jetzt nicht so eine, diese bewusste LSD-Überdosis oder sowas, das gibt es ja auch, machst, sondern einfach nur, dass irgendwie spielerisch oder aus irgendeinem Grund oder so das ausprobierst, vielleicht auch mit der, wo du die Dosierungsmenge gar nicht kennst, bei den Pilzen zum Beispiel, wo es ja meistens gar nicht richtig bekannt ist, außer vielleicht in Ländern, wo du das testen lassen kannst, so, aber ansonsten nicht. Und da meine ich, ist es eine Frage dessen, wie sehr du es in dich einsickern lässt. Ich meine, der Jäger lässt jetzt offensichtlich nicht so tief in sich einsickern, dass er die letzten Schritte des gut Erkennbaren durchführt. In diesem, sagen wir mal, gleichzeitig häufig meistens Angstlösenden, wie bei MDMA, aber gleichzeitig eben auch diese grundsätzliche Verbundenheit spürenden, das lässt er dann halt nicht zu. Ich meine, das gibt es ja auch bei Menschen, die Beziehungsstörungen haben. Die wollen gerne eine Beziehung führen, sind aber als Kinder missbraucht worden oder so und dann haben die trotzdem noch die Alarmglocke im Kopf. So ist das bei dem Jäger wahrscheinlich auch. Der Jäger hat ja irgendeine Sperre, dann zu sagen, okay, wenn ich echte Natur verbunden habe, dann darf ich mir halt nicht vormachen, dass dieser Wald hier ein natürlicher Wald ist, indem ich der Waldpflege diene, weil das halt ein Märchen ist. Und da gab es doch, mir fällt das gerade ein, ich glaube, es war ein Avatar, läuft ja gerade der zweite Teil, aber ich glaube, im ersten Teil war das doch so, dass die, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bei irgendeinem Film war das dann, dass das Töten eines Tieres dann so, also das muss man dann ganz arg ehren und sich bedanken bei dem und so. Also das finde ich dann auch noch ganz interessant. Ja, Avatar ist ja ein gutes Beispiel. Also ich habe mir Teil 1 nochmal 3D-OV angeguckt, bevor jetzt Teil 2 ja kommt oder schon gekommen ist, weiß ich jetzt nicht. Aber da war, also mir war gar nicht bewusst, wie krass die tatsächlich das psychedelisiert haben, nicht nur durch diese Glitzerfarben, die natürlich jeder faszinierend findet, der mit Psychedelika zu tun hat, also so an dem Baum des Lebens und so und an vielen anderen Stellen auch. Was jetzt wahrscheinlich bei dem Wasserfilm, da habe ich schon eine hochgerenderte Version gesehen, also eine echte Vorschau auf Kino, die Karte spielen die auch nochmal aus, weil das Wasser halt auch dann unheimlich stark diese psychedelisch interessanten Bewegungen macht und so. Aber viel stärker fand ich den Punkt, wie krass der Cameron, der Regisseur, die Zerstörung erstmal gezeigt hat und so, dass es wirklich wehtut, auch jemanden, der nur von dem Psychedelischen, sagen wir mal, ohne zu wissen, dass das Psychedelisch ist, angefixt wird, also diese Naturverbundenheit, diese echte Naturverbundenheit und so weiter. Und dann, oder die Selbstauflösung, die wir schon mehrmals angesprochen haben, und wie weit er den Schmerz treibt, den dann auch ein normaler Kinozuschauer, normale Kinozuschauerin wirklich spürt, wenn es dann wirklich anfängt, dann an die Grundlagen des Lebens zu gehen, die einfach plattgewalzt werden, nur aus Ausbeutungsgründen und so ist es ja in Wirklichkeit auch. Also deswegen würde ich Avatar, also 100 Prozent, also ich halte es für ausgeschlossen, dass der Cameron nicht da psychedelische Erfahrungen mit einfließen hat lassen, weil sonst würde dieser Schmerz der Naturzerstörung, der ist dramaturgisch gar nicht so stark nötig. Da hätte der auch schon auf halbem Wege aufhören können und dann wäre es trotzdem ein schöner Heldenfilm geworden mit vielen sozialen und sonstigen Einflüssen. Aber da sieht man, wie in den meisten Menschen, das ist ja glaube ich, der damals der erfolgreichste Film aller Zeiten sogar gewesen, wie sehr er da wirklich diesen psychedelischen Tropfen oder dieses Nervennetz, was alle Menschen in sich tragen, da schon zum Schwingen gebracht hat, sowohl durch die Story als auch visuell. Ob das mit dem Tiere töten, das weiß ich immer nicht, das blende ich immer aus, sowas so, wie man soll sich da bedanken, weil in Naturumgebungen musst du natürlich auch Tiere essen, das ist schon klar. Also wenn ich jetzt irgendwo in einer eiskalten Gegend lebe, wo sechs Monate lang nichts zu essen ist, muss ich mir irgendwelche Dauerwaren herstellen und da werden dann vielleicht auch Fische oder Rehteile vertrocknet oder sowas dabei sein. Aber das ist ja Quatsch. Also ein normaler Mensch in der normalen Welt, von der wir jetzt hier für deine Podcaster und Podcasterinnen da, Zuhörer und Zuhörerinnen reden, spielt das ja überhaupt keine Rolle. Nö, nö. Das denke ich mir auch oft bei Filmen, Serien oder so, dass die Macher schon irgendwie diesen Einfluss gehabt haben. Hast du Rick and Morty geschaut zufällig? Ich habe ein paar Rick and Morty-Folgen gesehen, da ist das sehr auffällig, aber auch bei anderen, also die es schon vorher gab, Pinky and the Brain, aber auch bei den alten Disney-Filmen. Also wenn du dir die alten Disney-Sachen anguckst, sogar schon die allerersten, die schwarz-weißen noch, also ich weiß es nicht. Also irgendwie, also sagen wir mal so, die freundlichste Erklärung, die ich da habe dafür, ist tatsächlich, dass die Menschen, dass das halt die Künstler und Künstlerinnen Fieberträume hatten und weil früher die Leute natürlich extrem schwer krank geworden sind, viel kränker, als wir uns das heute vorstellen können und da dann irgendwas aus diesen Fieberträumen mitgenommen haben, wo man so halb wach und halb im Fieber ist. Manche kennen das vielleicht noch, weil ich denke mir, nicht alle von denen haben so eine Mutterkorn-Alkaloid-Vergiftung oder sowas mal mitgemacht. Das wäre ein bisschen zu weit gefasst, aber es wäre immer noch möglich, weil ich meine, das waren 20er, 30er Jahre, dann waren die in den 10er Jahren vielleicht Kinder oder teilweise noch früher sogar. Ja. Oder guck dir mal die ersten Comics an, Winsor McCay, Little Nemo, wirklich ohne Scheiß, das ist eine lupenreine LSD-Geschichte oder Pilzgeschichte, vielleicht sogar ein bisschen pilziger teilweise, wobei es nicht so ganz naturnah ist, also vielleicht eher LSD-ig, würde ich fast sagen. Und der LSD war ja überhaupt nicht erfunden damals. Also diese künstlerische Auffassung, die ist möglich, auch ohne die Psychedelika, muss man schon sagen, aber die bringen es halt viel leichter ins Schwingen und vor allen Dingen eine allgemein verständlichere Zusammengehörigkeitsgefühl. Also alle Leute, die halt eben in irgendeiner Umgebung von mir aus mit Lavalampen früher oder so, weißt du, um das so ein bisschen interessanter zu machen, das mal erlebt haben, die verstehen sich dann auch untereinander und sind ja auch unheimlich friedfertig. Das finde ich ja auch so interessant, das passt auch zu Avatar und auch zu den Disney-Filmen oder so. Am Ende des Tages geht es ja um Friedfertigkeit, auch wenn zum Beispiel die Comicfiguren sich häufig gar nicht so friedfertig verhalten, aber am Ende geht es doch um Glück und Liebe und Frieden oder zumindest das Streben danach. Das behaupten zwar alle Menschen von sich, aber sehr viel Glück durch ihre Handlungen nicht. Während die Psychedelika-Benutzer und Benutzerinnen da schon sehr auffällig dann sich eher in diese Richtung bewegen. Ja, da frage ich mich auch immer, was war zuerst da? Also es gibt ja so Leute wie Albert Hoffmann, der das LSD gefunden hat. Der hatte auch schon in seiner Kindheit so ganz spirituelle Erlebnisse, Einheitsgefühle mit der Welt und so. Hätte der die Erfahrung niemals gemacht mit LSD? Wäre er dann trotzdem ein friedfertigerer Mensch gewesen? Wahrscheinlich schon. Bei mir persönlich weiß ich es aber irgendwie nicht. Bei mir persönlich ist es so ein... Also bei mir persönlich, ich habe so das Gefühl, die Erfahrungen haben mich wieder zurückgebracht. Wie so, als ob ich im Laufe der Kindheit, Jugend einen Teil verloren habe, einen Teil von dieser Einheit, einen Teil von dem einfach Dasein, nicht so viel Denken und durch die Erfahrung habe ich mich wieder erinnert. Oh, das ist ja schon in mir, das ist ja ein natürlicher Prozess in mir, das ist eine natürliche Wahrnehmung. Es ist nicht so, das denken ja manche, das ist jetzt eine Illusion, du hier mit deinem Psychedelika, das ist ja wahnsinnig oder so. Es gibt ja nichts Natürlicheres. Also es gibt keinen natürlichen Zustand als den psychedelischen Zustand. Also zumindest sagen das viele Menschen. Und ja, deswegen frage ich mich trotzdem, was ist eigentlich so die verbindende Eigenschaften, die diese ganzen Menschen haben? Weil es ist halt oft so, dass wenn wir jetzt, so wie wir jetzt hier gerade reden, wenn Menschen das hören, ja, Psychedelika sind gut, dann denkt ihr, aha, du musst also diese Erfahrung machen, um diese Erkenntnisse zu machen, um vegan zu sein, um die Verbundenheit zu spüren, um dir den Pilzen unter dem Boden bewusst zu werden. Aber das ist ja gar nicht so, aber es hilft. Ja, das Zurückerinnern finde ich einen guten Gedanken, weil da sind wir auch wieder bei den Comics und so weiter. Und den ausdrücklich eigentlich für Kinder oder kindlich denkende Menschen gemachten Filmen und Comics, die natürlich dann auch sehr viele Erwachsene angucken. Also ich glaube, dass das Wiederentdecken oder Wiedererwachen oder Wieder sich daran erinnern, wie du das gerade gesagt hast, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Weil Kinder sind ja, wenn du sie nicht zu Gewalttettern machst oder das förderst oder so, dann die können natürlich auch sehr grausam sein. So ist es jetzt nicht. Aber zunächst mal haben die ja dieses grenzenlose Naturinteresse. Daher lutschen die ja dann Kieselsteine ab oder sowas. Oder stecken sich was in den Mund, weil sie es halt eben komplett, weil sie da keine Trennung zu sich selber sehen. Das ist das. Und ich glaube, eine Idee, die man mal prüfen könnte, auch wissenschaftlich wäre, also da gibt es zwei Herangehensweisen, wie man deine Frage testen könnte oder wie sie vielleicht teils schon getestet ist. Man müsste mal gucken, wenn das mit PTBS, also posttraumatischen Belastungsstörungen, dann aber auch komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen, die ja neu aufgenommen sind in die Liste der Krankheiten. Wenn man da mal doppelt verblinden kann, ist es ja nicht. Aber wenn du da mal die therapeutischen Erfahrungen zusammenfasst, dann wirst du natürlich sehr viele Leute haben, die nicht ursprünglich friedlich und freundlich waren. Sondern wenn ich zum Beispiel jetzt unbedingt Soldat werden will und zu den Marines gehe, kann es ja auch sein, dass einige von denen halt sich einfach für stereotypisch starke Hetero-Männer halten, die dem Rest der Welt mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ich sage jetzt nicht, dass das häufig ist, aber kann man sich ja vorstellen, dass das da vorkommt. Das könnte man ja testen. Also das könntest du ja in Fragebögen erfragen, wenn die da anfangen. Und dann halt gucken, wie das dann nach posttraumatischen Störungen, die mit Psychedelika behandelt werden. Ach doch, ja doch. Versus nicht Psychedelika, sondern nur Psychotherapie. Da hätte man zum Beispiel, glaube ich, da könnte man ja gut sehen, sind Leute, die früher schon friedlich waren oder sich friedlich wahrgenommen haben und nur deswegen zu Marines gegangen sind, weil sie halt ein Selbstwertproblem hatten und sich dadurch persönlich aufwerten wollten, aber eigentlich friedlich waren, sind die jetzt anders geworden nach der Therapie als Leute, die ganz klar unfriedlich waren und aggressiv oder so stereotyp männlich oder so sind. Das wäre der eine Weg. Das könnte man, glaube ich, ganz gut machen. Und das Zweite ist, wenn du die Priester dir anguckst aus dem Karfreitagsexperiment, da ist es natürlich so, da siehst du schon, dass dann auf einmal auch spirituelle Vorstellungen durch die Erlebnisse überwiegen bei Leuten, die jetzt eh schon eine Neigung zu Spirituellem haben, aber die Optionen haben, sich auch rein wissenschaftlich mit Theologie zu beschäftigen. Und das könnte man eigentlich doppelt verblindet sogar mal ganz leicht wiederholen. Damals haben die ja LSD versus Nikotin genommen, weil das so am Anfang so eine ähnliche, ich will es nicht kribbeln nennen, aber so eine Art nicht schwer zu beschreibende Anregung im Körper so gibt. Und da konnten die das also nicht unterscheiden. Also ich denke, die Frage wird man beantworten können, die du da gestorben hast. Ja, also das machen sie ja in den Studien jetzt auch schon, in den aktuellen Psilocybin-Studien, dass im Placebo geben sie auch irgendwie sowas, was halt so ein bisschen kribbeln macht. Und oft ist es so, dass dann die Placebo-Gruppe auch einen ziemlich guten Erfolg hat, nur weil sie dieses, ja, weil der Placebo eben so stark wirkt. Ja, weil die Zuwendung, ja klar, Psychotherapie wirkt über Zuwendung, das ist ja bekannt mittlerweile. Und da hast du natürlich, jetzt hast du mit, jetzt kribbelt, okay, das ist besonders viel Zuwendung, eine wirksame Substanz kommt noch oben drauf. Einfach so ein bisschen Euphorie, einfach ein bisschen offener, ein bisschen mehr Adrenalin, ein bisschen so, ja, komm, mich hält jetzt weniger zurück, ich bin frei, so, ich erzähle es jetzt einfach. Also das ist schon enorm hilfreich. Und die Kinderthematik, da habe ich auch eine Studie gelesen, wo sie so ein bisschen eben die Funktionsweise vom Gehirn mal genau angeschaut haben und was eben der psychedelische Zustand mit dem kindlichen Zustand zu tun hat. Und tatsächlich wurde da so die Klassifizierung gemacht zwischen Primary Brain und Secondary Brain oder Primary Consciousness war es, glaube ich, Secondary Consciousness. Und Primary Consciousness ist eben dieses typisch kindliche freie Assoziative, alles passiert einfach nur. Und Secondary ist dann das, was wir im Erwachsenenalter kriegen. Wir sind sehr strukturiert, geradlinig, wir haben unsere Werte, so ist die Welt, so funktioniert die. Und das Primary, das als Kindliche, das ist eben von einer hohen Entropie geprägt. Das heißt, alles ist sehr zufällig. Es ist nicht so, es ist random einfach. Es passiert einfach irgendwie und du kannst es nicht kontrollieren und du willst es auch gar nicht kontrollieren. Und im Erwachsenenalter kommt aber dieses, wir kontrollieren alles. Alles wird abgepackt und das ist natürlich auch sehr hilfreich und so. Sonst könnten wir jetzt keinen Podcast führen, sonst könnten wir nicht reden, sonst würde diese Welt ja nicht funktionieren. Aber es ist doch manchmal hilfreich, diesen, unser Gehirn, da wird ja so gesagt, ja, du löst dein Ego auf oder so, das kann man natürlich auch so nennen. Aber letztendlich wird einfach ein Teil von deinem Gehirn, der so für deine, für deine, deine Vorstellung von der Welt verantwortlich ist, der wird auch mal wieder so ein bisschen zufälliger gemacht. Das heißt, es können ganz neue Verknüpfungen entstehen, so wie als Kind. Deswegen erzählen die Leute ja auch immer, also ich auch, ich fühle mich wieder wie als Kind. ich, ich weiß nicht, ich liebe das einfach. Ich liebe es, wieder Kind zu sein, weil da ist auch ganz viel, ja, oft auch bei mir so, wenn ich in die Gesellschaft denke, also was ich zur Zeit oft mache, ist, wenn ich Menschen sehe, bei dir habe ich es noch nicht gemacht, wenn ich Menschen sehe, dann stelle ich mir vor, wie war der so als Kind? Und ich versuche mir, ich versuche das Kind in den Menschen zu sehen. Ich glaube, das müssen wir alle mehr machen. Ja, also durchaus. Also das ist eine, so eine schöne Seitenlinie, die du daraus wirklich lernen kannst. Das hilft nämlich tatsächlich, also kann ich dir auch praktisch bestätigen, weil früher, als ich, als ich in der Schule war, ne, da war ich schon Schülersprecher und so. Und dann ist es natürlich so, dann bist du jetzt nicht unbedingt gewohnt, vor wirklich großen Mengen zu reden. Also irgendwie, das wird halt immer größer, ne. Du bist am Ende dann vor 600 Leuten stehst und dann, wenn es noch mehrere Schulen sind, dann steht es auf einmal da vor 2000 Leuten oder so. Und dann haben so aus Spaß die Leute immer gesagt, stell dir einfach vor, die Leute würden alle da im Unterhemd oder in der Unterhose sitzen, ne. Und das habe ich mir so gemerkt, weil ich das öfter gehört hatte. Ich habe mich immer gefragt, weiß ich jetzt gar nicht, ich weiß auch nicht, was sich dadurch ändert. Also dann, okay, klar sind es alles nur Menschen und alle kochen nur mit Wasser und bla, bla, bla. Aber ich finde die Vorstellung, die sich die Leute als Kinder vorzustellen, wirklich wesentlich interessanter und hilfreicher und schöner, weil dadurch auch Menschen, die zum Beispiel sehr wütend sind oder sehr unangenehm sind, so dass man im ersten Moment sagen würde, ach, ich will ja gar nichts zu tun haben und so, denen kannst du dich dann auch nähern und da sind wir wieder bei dieser, bei diesem offener sein. Du kannst dann halt auch offener mit Menschen umgehen, von denen du eigentlich denkst, dass du mit denen nicht umgehen kannst und das ist natürlich eine große Qualität, weil das spart dir, also wenn du jetzt nur mal ganz egoistisch denkst, das spart dir einfach mega viel Stress, weil du nicht mehr ständig irgendwie Leute von dir weghalten musst oder dir was überlegen musst. Einerseits, aber andererseits, jetzt mal freundlich gesprochen, ist es halt auch eine Superkraft. Du kannst auf einmal, zum Beispiel, manche Leute haben ja Meinungen über Leute aus anderem sozioökonomischen Status oder der Klassiker, jemand, der nicht gut Rechtschreibung kann, lernt doch erst mal richtig Rechtschreiben und dann so, was ist das, das ist doch total egal, echt ne, solche Sachen machen das Leben auch einfach viel angenehmer und freundlicher und dann kannst du auch wesentlich mehr lernen. Das heißt, je offener du bist, gleichzeitig musst du natürlich deine Grenzen kennen, das ist klar, aber, und einhalten und durchsetzen, aber je offener du bist, innerhalb der Grenzen, die dir halt als sinnvoll erscheinen, umso mehr lernst du dann und dann geht natürlich das nächste Zweiklein los, je mehr du von anderen Leuten was lernst, von denen du dachtest, dass du mit denen dich gar nicht gut unterhalten kannst, weil die politisch, sozial, kulturell, religiös, irgendwas halt anders sind oder weiß ich nicht, aus einer anderen Altersgruppe stammen, umso mehr wird das Leben ja auch leichter, weil dann verstehst du, also du verstehst automatisch organisch, wenn wir von den Pilzen reden, du verstehst organisch, wächst automatisch immer mehr und es gibt immer mehr Verflechtungen und aber dann eben die guten, also es wird immer weniger von dem Nervigen, Schlechten, Aggressiven, Ätzenden, Beleidigenden, Mobbenden, was weiß ich, was da so alles in der Welt rumschwirrt, was dich ja auch erreichen kann, ohne dass du es selber ausübst und das erreicht dich dann aber gar nicht mehr, also das finde ich auch eine sehr praktische Sache an dieser kindlichen Psychedelität oder wie auch immer man das nennen will. Ja, diese Offenheit fand ich interessant, wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, das ist auch etwas, was ich gelernt habe, dadurch, so ich kann von jedem was lernen, aber trotzdem habe ich dann in den letzten, habe ich, verliere ich das auch immer mal wieder und komme auf einmal wieder vielleicht sogar, das nennt man dann so das spirituelle Ego, so dass man so offen ist, so offen war, dass man dadurch auch wieder so ein Gefühl bekommt von, oh, ich habe es verstanden, also ihr alle habt es noch nicht verstanden, ihr seid ja nicht so offen, das passiert bei, wahrscheinlich bei Veganismus und so auch relativ oft, dass man halt sich dann wieder so überheblich fühlt und dann wieder diese Offenheit verliert gegenüber anderen Menschen, da würde mich interessiert, wie du damit umgehst, wie schaffst du es, offen zu bleiben für Menschen oder fällst du da auch manchmal wieder zurück? Nö, nö, ich bin da, wenn ich sowas kommen sehen würde, dass ich denke, ich habe Recht, weil ich Recht habe oder so, da würde sofort alle Alarmglocken bei mir angehen, das ist auch beruflich nicht möglich, weil wir ja, wir wissen ja nicht, was passiert ist, bei uns kommen ja nur die seltsamen, bekloppten Fälle und so, da hat das ja gar keinen Sinn, wenn du denkst, du hast Recht, weil Recht, du weißt ja noch gar nichts, wie kannst du jetzt Recht haben oder eine Meinung haben oder eine Idee haben, in welche Richtung das geht, also offen bleibe, bin ich dadurch geblieben, ja geblieben, dass ich halt mit sehr vielen Leuten in sehr vielen Kulturen deren Lösungen gesehen habe, ich sage mal ein paar harmlose Beispiele, ich habe in den 1990er Jahren in den Philippinen das erste Labor für genetsche Fingerabdrücke in der Kriminalistik aufgebaut und das Labor war völlig leer, ich hatte gesagt, ja okay, also wir brauchen natürlich Wasseranschlüsse und ich habe gar nicht gesagt, wir brauchen dichte Fenster, weil mir das klar gewesen ist, dass das nicht sein kann und ich kam da wirklich rein, das war wirklich, also es war jetzt nicht im Urwald, Urwald so, aber es sah wirklich so aus wie eine Hütte im Urwald, aus Stein und dann habe ich halt gesagt, ja na gut, dann machen wir das jetzt halt, irgendwie müssen wir das jetzt ans Laufen kriegen, also anstatt jetzt, was ich gerade schilderte, anstatt jetzt rum zu diskutieren, wer wo wann was falsch gemacht hat, habe ich gesagt, okay, das lassen wir jetzt mal alles weg, wir machen jetzt einfach was Gutes, so Gutes geht und dann, das haben die mitbekommen und dann haben die mir so Sachen gezeigt, wo sie dachten, okay, der Benecke, der hatte scheinbar nicht mehr alle, weil denen war schon klar, dass das scheiße war alles, also und auch die Vorbereitung katastrophal war und zum Beispiel ein Eisscratcher, das ist so ein Gerät, da ist eine Klinge drin und da ist oben eine Kurbel dran und weil in den warmen Ländern ist natürlich Eis was sehr angenehm ist, wenn es immer sehr früh heiß ist und andererseits ist es aber schwer herzustellen oder zu transportieren und erst recht haben die keine Eiswürfelmaschinen oder irgendwie eine Tiefkühltruhe gehabt, wo du so ein Eiswürfelding reintun kannst, das gab es ja ja alles nicht und dann haben die halt den Eisshaver erfunden, den gab es dann aber auch als Plastikprodukt später im Supermarkt zu kaufen und dann haben die mir als Abschiedsgeschenk, weil die gemerkt haben, dass mich das wirklich interessiert, dass man quasi ohne Strom, also klar, du musst die Eisblöcke herstellen, aber wenn du die einmal da drin hast, dann bleiben die erst mal ziemlich lange kalt und zweitens kannst du halt für die ganze Gemeinschaft beliebig viel Eis erstellen ohne irgendeine Zusatztechnik und das haben die mir dann als Abschiedsgeschenk mitgegeben, so ein Plastikeisshaver und das fand ich, da habe ich mir gedacht, die haben wirklich verstanden, was ich interessant finde, weil normalerweise kriegst du natürlich dann irgendeine Gedenktafel oder eine Münze oder irgendeinen großen, großen, auf der Bühne irgendwelche Dankesworte oder so und das haben die alles weggelassen, das fand ich also richtig cool oder ein anderes Beispiel wäre, dass du zum Beispiel, das war in Peru mal, das ist halt nicht so lange her, da gibt es so ein bestimmtes Getränk, das ist so eine Art Nationalgetränk, so wie so ein Schnaps mit Eierschaum oder irgend sowas draus. Okay. Und dann saß ich da mit denen und dann habe ich mich so umgeguckt und habe mir gedacht, okay, wir haben das super lange vorbereitet und wir sitzen jetzt genau in dem Restaurant, also entweder ist das der Bruder vom Chef oder so, was auch sehr oft vorkommt oder es ist irgendwas, was kulturell interessant ist, aber mir fiel das nicht auf. Also ganz zum Beispiel, es gibt in Philippinen gibt es zum Beispiel ein Restaurant, das ist so ein Hobbit-Restaurant von Herr der Ringe angelehnt, da arbeiten lauter kleinwüchsige Kellner. Okay, alles klar, ich habe verstanden, was jetzt hier der Witz sein soll. Oder es gibt ein Restaurant, das ist in, wo ist denn das, in Vietnam, da bestellst du dir ein Gericht und dann fliegt das auf einmal durch die Luft und du denkst dir so, hä, ist da gerade was durch die Luft geflogen? Und dann nochmal und dann denkst du dir so, okay, irgendwer schmeißt hier Sachen durch die Gegend und dann lernen die halt im Laufe der Jahre, dass man die Gerichte, also der Kellner steht dann hinter dir, fängt das, stellt sie auf den Tisch und du so, ist das jetzt gerade aus der Küche rausgeflogen? Also ja, okay, dann ist das der Witz von dem Restaurant. Aber da in diesem Restaurant habe ich halt überhaupt nicht gesehen, wo jetzt der Scherz ist und das war, weil es gibt in Lateinamerika von Nazis ursprünglich begründet oder nicht, gibt es auf jeden Fall viele deutsche Schulen und Goethe-Institute und so weiter und da hast du noch nie was von gehört. Und da in dem Restaurant, das war in einem Viertel, wo eine deutsche Schule war, das war die Story und ich so, okay und jetzt? Und die so, ja, wir wollten einfach nur, falls du das mitbekommst, dass du mal siehst, dass wir hier auch in der Region halt deutsche Einflüsse haben und wir dachten uns, dass das vielleicht für dich interessant wäre, weil du aus Deutschland kommst. Ich so, okay und so ist meine Offenheit so geblieben, weil halt ständig irgendwas passiert, was auch gar nicht den normalen Maßstäben, ein Eisshaver, fliegende Reisschüsseln, eine deutsche Schule, zwei Straßen weiter, das entspricht ja keinem Maßstab von dem, was du normalerweise jemandem bei einer Stadtführung oder so oder zu einer anderen Gelegenheit als Ehrenbekundung oder sowas zeigen würdest und so geht das bei uns halt jeden Tag. Also wir haben halt jeden Tag irgendein verrücktes Erlebnis hier im Labor, wo wir halt gerne, aber eigentlich auch gezwungen sind, aber auch sehr gerne offen bleiben. Also das ist, oder um es kurz zu machen, das ist die positive Erfahrung mit Menschen, wie ich das vorhin schon schilderte, wo du auch häufig nicht erwartet hättest, dass da was spannend oder interessant ist und deswegen habe ich das Problem nicht, dass ich denke, ich weiß besser, wie der Laden läuft. Ich habe zum Beispiel gerade eben einen Podcast gemacht, da ging es auch um Veganismus und so weiter und dann habe ich gesagt, am Ende, ich meine, wir können den Rest der Welt sowieso nicht ändern, das heißt, wenn die Menschheit entscheidet, jetzt in den Untergrund zu gehen, durch Untergang zu gehen, nicht Untergrund, durch Überkonsum, Nichtkreislaufwirtschaft, Tierverbrauch und Tierbenutzung, dann können wir das auch nicht ändern. Dann müssen wir das ertragen und offen sein dafür, dass die Menschheit beschlossen hat, in dieser Kulturform auszusterben und das ist jetzt halt Stand der Dinge. Da muss man halt auch offen sein, dass ich nicht, oder vielleicht weiß ich auch besser, wie es funktioniert, aber die Überzeugung habe ich gar nicht, sondern ich habe nur die Überzeugung, ich lebe mit dem Rest der Menschheit auf einem Planeten, wenn die aussterben wollen, bitteschön, dann sterbe ich halt mit aus, das kann ich ja auch nicht ändern. Also so, bei mir kommt das eher aus der Ecke oder radikale Akzeptanz, würde man das vielleicht auch nennen. Ja. Also nicht nur Offenheit als solches, sondern auch radikal zu akzeptieren, dass irgendwas halt so ist, wie es ist. Ja, 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 radikale Akzeptanz bis zum Tod und auch darüber hinaus, also auch den Tod selbst, den Tod selbst zu akzeptieren und ich glaube, was du auch gerade ja viel, jetzt gerade erzählt hast, waren ja nicht nur die Trips nach innen, sondern die Trips nach außen, einfach zu reisen, andere Kulturen zu sehen, das ist ja auch so ein bisschen, fast schon, das ist auch nicht fast schon kitschig, das so zu sagen, aber ja, man muss unbedingt in seinem Leben reisen, da wird man viel offener, also so kann ich es zumindest, gerade durch die Asien reisen, weil ich finde, Asien ist nochmal so, also klar, wenn ich in die USA gehe oder so, ist es auch anders, aber irgendwie die Menschen sind noch ähnlich, so du kannst sie nicht so richtig unterscheiden. Südamerika, da sehen auch schon deutlich anders aus, aber irgendwie noch ein bisschen mehr Ähnlichkeit, aber nach Asien, die Leute sehen so komplett anders aus und die haben so eine andere Kultur, die sprechen so anders und trotzdem funktioniert es und trotzdem lächeln die, trotzdem sind die glücklich und da kannst du halt so, so, so viel lernen, da bin ich auch sehr dankbar, also das sollte auf jeden Fall jeder machen. Jeder braucht in den USA, ich muss sagen, also ehrlich gesagt, denke ich, West-Amerikaner und Amerikanerinnen sind auch genauso unterschiedlich wie die Asiaten zu Europäern, nur es fällt nicht schnell auf, ja, du hast auch gerade im Nebensatz so gesagt, das Aussehen spielt natürlich auch eine Rolle, da riecht das Essen natürlich auch nochmal anders vielleicht, die Menschen haben vielleicht eine andere Hauttönung oder sowas, aber in Wirklichkeit, also ich bin oft in den USA, muss ich sagen, die West-Amerikaner und Amerikaner, je länger ich die kenne und kennenlerne, umso mehr merke ich, dass die überhaupt kein bisschen wie Europäer sind, also gar nicht. Ja, das stimmt schon. Und da, das Glückliche, was du gerade angesprochen hast, erlebe ich da auch, dass die einfach in Umständen, die uns nicht glücklich machend erscheinen, eben auch glücklich sind, also da würde ich sogar die USA mit einbeziehen. Ja, ich liebe die USA auch sehr, ich war da auch schon öfters, ich habe da auch mal ein halbes Jahr gelebt, danach dachte ich dann so, ich musste wieder zurück nach Europa und dann dachte ich so, ich will gar nicht, ich will hier bleiben, aber dann habe ich mit der Zeit, also es ist schon schwierig, mit den Amerikanern oft klar zu kommen, wenn man so halt voll deutsch-europäisch so erzogen ist. Es ist schon eine Grundverschiedenheit, die es manchmal ein bisschen schwierig macht, aber auch irgendwie, man kann auch viel lernen, so von dieser Lockerheit, diesem Outgoing und so. Genau. Das mag ich an denen sehr. Ich wollte jetzt nochmal auf das Thema Tod, das ich gerade schon angesprochen habe, nochmal zurückkommen, weil du ja beruflich auch viel am Tod vorbeikommst und psychedelische Erfahrungen mit den Pilzen verändern ja auch so sehr die Sicht auf den Tod, weil es kann sich ja durchaus so anfühlen, als ob man stirbt währenddessen. Also ein Teil von uns stirbt ja wirklich und hat es bei dir, also gibt es da irgendwelche Parallelen zwischen deinem Beruf und auch dieser Einheitserfahrung, der psychedelischen Erfahrung, das Einswerden, also wie ist das Dreieck zwischen deinem Beruf, dem Tod und Psychedelika? Gibt es da irgendwelche Verknüpfungen aus deinem Leben? Also ich weiß es nicht. Ich würde mal vermuten, vielleicht eher nicht, weil ich sowieso, ich sehe Tod, also nicht nur ich, sondern biologisch generell gibt es den Tod ja gar nicht. Der Tod ist ja nur nicht religiös oder philosophisch oder so oder Muttis Gute-Nacht-Spruch, sondern es ist wirklich so, dass das kein festgelegtes Ereignis ist, also ganz ernst, also wirklich wissenschaftlich gemeint, jetzt nicht im übertragenen Sinne oder philosophisch oder als Kalenderspruch. Du stirbst messbar ab dem 24. und 25. Lebensjahr, weil dann diese Aufbauprozesse abnehmen und die Abbauprozesse überwiegen. Und die Todeszeitpunktsfestlegung ist auch überall verschieden. Also die ist bei der Polizei anders als bei der Rechtsmedizin, als in der Kriminalbiologie, als in der Transplantationsmedizin, als im sozialen Bereich. Oder auch dieser Spruch, du bist erst tot, wenn du vergessen bist, dann gibt es ja auch und so weiter. Das wäre dann so eine rein soziale Äußerung. Und das, also für mich ist das einfach überhaupt kein, wie soll ich das sagen, das ist gar kein Gegenstand, gar keine Grenze, gar kein Topic, womit man sich da irgendwie befassen könnte. Also das ist, ich sehe da einfach überhaupt keinen Unterschied zwischen Leben, Tod, irgendwelchen Übergängen oder auch Erkrankungen, wo du deine Persönlichkeit verlierst, Demenzerkrankungen und dergleichen oder schwere Unfälle mit Gehirnverletzungen und so. Insofern ist das, ist das für mich alles ganz netzwerksartig, einfach nur. Ja. Hast du da irgendwelche Gefühle zum Tod, sag mal mal, deines Bewusstseins? Also, wenn dein bewusstes Erleben, das du jetzt gerade hast, wenn das nicht mehr ist, also ja, ich meine, dann gibt es natürlich auch nichts mehr, was ich dazu Gedanken machen kann oder irgendwie eine Wahrnehmung dazu hat. Aber jetzt, also wie ist da deine Beziehung dazu, zu diesem Übergang ins Alles? Ja, ich würde mal sagen, es gibt ja jetzt so sehr viele gute Dinge, die auch studiert. Also, es gibt ja jetzt sehr viele ehemals esoterisch angesehene Ereignisse, die jetzt gut medizinisch und biologisch untersucht sind. So muss ich es formulieren. Dazu zählt dieses End, dieses Tunnel da, das Licht am Ende des Tunnels, dann dieses über dem Körper schweben bei Operationen, wo da die entsprechenden Arzneimittel richtig eingestellt sind, dieses Gefühl des ins Unendliche Gehens, unabhängig von Naturerlebnissen, sondern irgendwas, was dann das Weltall ist oder so, bei LSD-Hyperdosen auch, diese klassischen Darstellungen mit dem Weltall, was da immer eine große Rolle spielt. Und das ist ja eigentlich mittlerweile alles ganz gut untersucht. Und deswegen würde ich sagen, das ist ganz klar eine Gehirnfunktion, die halt nicht mehr vorhanden ist, wenn dein Gehirn nicht mehr funktioniert oder nicht mehr da ist auch, einfach weil es zersetzt ist oder zerlaufen ist oder zerstört ist oder sowas oder keine Energie mehr bekommt. Und ich habe aber überhaupt nichts dagegen, wenn ein Mensch jetzt die Vorstellung hat, dass das Bewusstsein dann tatsächlich als so was eine Art was Stoffliches oder was Überdimensionales oder so in andere Sphären übergeht. Weil erstens kannst du das sowieso nicht widerlegen, weil aktuell ist es ja so, dass wir schon Hinweise darauf haben, dass es doch mehr, also physikalisch gesehen, dass es doch ein bisschen mehrdimensionaler aufgebaut ist, das Universum, als wir das meinen. Es ist auch nicht vom Tisch, dass es so Spaltungen von Paralleluniversen gibt. Aber da ist man noch nicht so, das kann man noch nicht so gut untersuchen. Aber dieses Mehrdimensionale, also das ist nicht nur diese Drei-Dimensionen oder Vier, wenn du so willst, die wir wahrnehmen, geben kann. Das ist schon physikalisch völlig klar. Und deswegen, wenn jetzt jemand kommt vom ganz anderen Ende, also vom total unphysikalischen Ende und sagt, siehste, das habe ich mal gehört. In der Physik gibt es viel mehr Dimensionen. Ja, meinetwegen zwölf zum Beispiel, wenn du jetzt Trinkst oder sowas hast. Dann würde ich sagen, okay, alles klar. Lass uns eine Limo aufmachen. Du machst daraus jetzt das für dein Bewusstsein. Alles gut. Wenn der Physiker oder die Physikerin sagt, ja, okay, könnte sein. Oder aber auch sagen würde, nein, das lehne ich komplett ab. Das spielt sich hier auf völlig anderen Elementarteilchen, Ebenen ab oder sowas. Ist mir total egal. Ich finde das alles völlig okay. Da braucht man keine einzige Sekunde drüber streiten. Und wie sich das bei mir dann, sagen wir mal, ich lebe jetzt noch, keine Ahnung, 50 Jahre und am Ende werde ich dann irgendwie schwächer und schwächer. Was dann im Kopf passiert, kannst du eh nicht wissen. Also religiöse Leute haben ja häufig das, auch wie die psychedelischen Menschen, dass sie dann diese, sich sagen, ja, ich, entweder so ganz konkret, ich gehe zurück zu den Leuten, die ich mal kannte und dann treffe ich mich alle wieder und so. Oder du kannst das eben eher in dieses ganze Universale und Universumsmäßige aufblasen. Aber ich denke, das hängt dann einfach davon ab, wie das am Ende des Lebens abläuft. Zum Beispiel im Hospiz siehst du ganz oft, dass die Leute so eine Art komische, so eine merkwürdige Fröhlichkeit haben, weil die halt ganz sicher, 100% sicher wissen, nicht alle, aber sehr, sehr viele wissen 100%, das geht auf keinen Fall jetzt mehr als zwei Wochen schief und du denkst dir noch so, boah, also wenn ich den jetzt so sehen würde, so krank sieht die Person jetzt, aber ehrlich gesagt jetzt nicht aus. Also, und das kommt halt, weil die noch diese, die haben abgeschlossen und die haben diese freundliche Zugewendetheit zum Rest der Welt dann auch auf einmal wieder und deswegen, keine Ahnung, was sich da mein Gehirn ausdenkt am Ende des Lebens. Da gibt es ja auch die Studien, die Psilocybin against End of Life Depression. Also, es wird ja sogar, Psychedelika werden ja dafür eingesetzt, dass Menschen mit ihrem Leben abschließen können, dass es für sie okay ist zu sterben und ich glaube, das kann halt nur passieren, wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast, wenn du es halt dein ganzes Leben vor dir her gedrängt hast und dann kommt es auf einmal und ich kann es mir nicht vorstellen, du wahrscheinlich auch nicht, also ich glaube, das ist so ein Spektrum an Gefühlen, wenn du weißt, du stirbst in x Tagen, x Wochen, x Jahren, das kann man sich nicht vorstellen und dann so eine Erfahrung zu machen und dann plötzlich eins werden, dann plötzlich zu sterben, bevor man stirbt, das ist glaube ich, also ich will jetzt hier nicht so missionarisch sein, aber das muss eigentlich jeder mal so erlebt haben. Ja, ich würde es noch ein bisschen weiterfassen sogar. Ich würde sagen, du hast den Vorteil, wenn du jetzt gerade, wenn das eher so eine Niederdosis Natur oder, nee, ich muss ja gar nicht Natur sein oder Bücher, Bilder, was auch immer du da gerade siehst oder irgendwelche Lichtbewegungen, kann ja, oder die Schwäne in Amsterdam sind da gerade im Rotlicht, bewegen das Wasser und so, solche Sachen, dann kriegst du natürlich eine Verbundenheit zu deiner Umgebung, nehmen wir es jetzt mal nur auf Natur und zum Beispiel ich, ich bin mit jedem Grashalm und jeder Fliege tatsächlich verbunden, das ist kein Blabla oder ich will jetzt gerne den Kindern irgendwas erzählen, dass die sich mal vernünftig verhalten, sondern es ist einfach so, so eine Verbundenheit und wenn du die hast und dann stirbst, dann kannst du natürlich sagen, ich habe jeden Tag und jede Sekunde, habe ich in echter Verbundenheit mit dem, was halt da war, habe ich halt verbracht und bin dadurch halt dann, wenn was schlecht gelaufen ist oder sogar was Traumatisches passiert ist, dann war das aber in einem größeren Zusammenhang drin und es drehte sich halt nicht immer nur um mich, 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 mich die ganze Zeit, also ich bin beleidigt worden, ich bin verletzt worden, ich habe irgendwas nicht gekriegt, sondern es geht darum, ja klar, das ist schon mir passiert, aber in diesem großen Netzwerk und das ist mit dem Sterben dann halt eben, wie du gesagt hast, wahrscheinlich tatsächlich so, wenn du halt überhaupt nicht in echter, tiefer Verbindung zum Rest der Welt warst, dann hast du halt echt ein Problem dann ganz am Ende, ich glaube aber nicht, dass die reine Sterbenserfahrung von Hochdosis-Psychotropensubstanzen da so wichtig ist, sondern vielleicht reicht es schon, wenn du merkst, okay, keine Ahnung, das schräge Holzdach, unter dem ich jetzt hier liege, sieht gar nicht aus wie ein Krankenzimmer, das Holz war mal ein Baum, an Bäume erinnere ich mich aus meiner Kindheit, weil du da vorhin gerade drüber geredet hast, also vielleicht kann das auch so ganz andere Wege gehen, die einen wieder, einfach nur wieder erden sozusagen, also einfach wieder zurückbringen und gleichzeitig die Möglichkeit offen lassen, dass mein Bewusstsein oder meine Seele oder so dann irgendwie noch weiter wandert, also selbst das könnte schon reichen oder ich will noch ein ganz anderes Beispiel sagen, was aber trotzdem hier mit Wahrnehmungsveränderung zu tun hat, vielleicht würde auch MDMA zum Beispiel eine Lösung sein für diese, wenn die Leute sich nicht an Psilocybin und LSD und sowas trauen, in manchen Regionen oder manchen Krankenhäusern oder aus Bietzen oder sowas, weil dann hättest du zumindest einen guten Effekt, den wir sehr oft erleben bei Angehörigen und Sterbenden, dass die sich irgendwas 20 Jahre lang nicht gesagt haben oder 50 Jahre oder 100 Jahre und ne wirklich, also das ist total krass, das kann sogar aus der Vorgeneration stammen, das haben wir dir nie gesagt oder so und dann wissen die Leute nicht, wie sie es am Ende in dieser Sterbesituation, wie sie es da noch vernünftig rüberbringen sollen, ohne dass das jetzt zu awkward wird und dann bleibt das unausgesprochen, auch von Umgehörigen Seite aus. Benjamin Button, kennst du den Film? Ne, doch, doch, der wird immer jünger. Ja, aber sie erzählt, also sie erzählt ja ihrer Tochter die ganze Geschichte, dass das ihr Vater war, während sie im Sterben liegt, ganz am Ende. Ah, verstehe, ja genau und das denke ich mal, da würdest du sogar schon mit MDMA weiterkommen, weil dann zumindest schon mal die Gesprächsbereitschaft da wäre, mal unabhängig von den ganzen kosmischen und sterbenahen und sonstigen Erfahrungen und wenn du gerade sagst, dass das jetzt doch wieder kommt in den letzten Jahren, es ist ja evidenzbasiert, war es ja schon in den 70er Jahren. Also das war ja sowieso kein Problem. Es gab dann praktische Schwierigkeiten mit diesen, ja teilweise waren es auch Ärzte sogar und Ärztinnen, die dann das so ein bisschen Guru-mäßig so als Wochenendseminare und sowas gemacht haben. Das ist dann halt manchmal auch schief gegangen. Da gab es dann auch teilweise echte, ich will nicht sagen Überdosierungen im klinischen, also im Blutsinne, aber es war eine Überdosierung im psychischen Sinne und da hat der Trip dann auch zu lang gedauert. Darauf waren die Leute auch überhaupt nicht vorbereitet, so wie die Leute, die sich mit dem Hubschrauber Mount Everest absetzen lassen und dann da hochkraxeln. Ich meine, das ist ja auch, das ist derselbe Idiotie, aber im Grunde genommen unabhängig von diesen spektakulären, schiefgegangenen Fehlanwendungen und Leuten, die sich überschätzt haben und das angeboten haben, ist das ja eigentlich problemlos gewesen. Also selbst so Leute, die dann total in die Mega-Öko-Richtung wie der Christian Retsch und so oder die da schon immer waren, abgedriftet sind, die kommen ja eigentlich auch aus einer evidenzbasierten Zeit, weil ich habe die alten Bücher noch von hier, so Verlag, Grüner Zweig und sowas, das kennt überhaupt kein Mensch mehr. Ich nehme mal an, das kam ursprünglich aus den 60ern oder so und hat in die 70er rüber geschwappt, vermute ich jetzt mal oder vielleicht sogar in die 80er noch und das war ja schon evidenzbasiert, wenngleich nicht doppelt verblindet, aber das war eine ungefilterte Wiedergabe der Erlebnisse, der Substanzerlebnisse. Also deswegen fände ich das total geil, wenn das heute jetzt dann auch mal von mir aus doppelt verblindet in die von dir genannten Bereiche da eindringen würde. Hast du es mit Christian Retsch mitbekommen? Du hast ihn schon zweimal erwähnt. Dass er gestorben ist? Okay, hast du es mitbekommen. Ich habe noch eine andere Möglichkeit, wie wir das den Menschen näher bringen. Die brauchen wir keine Substanzen dafür, die ist sehr zuverlässig, hohe Rate an Erfolg, um diese Verbundenheit zu spüren, ist aber unglaublich teuer. Wahrscheinlich mehrere Milliarden pro Person. Und das ist der Overview-Effekt. Kennst du den Overview-Effekt? Das ist der Effekt, den Astronauten haben, wenn sie die Erde vom Weltall aus sehen. Es ist aber vor allem sehr zuverlässig, wenn sie wirklich weit weg von der Erde sind. Und ich glaube, es gibt 10, 20 Leute, die bisher am Mond waren. Und bei fast all diesen Astronauten ist es zu diesem Overview-Effekt gekommen, dass sie wirklich ihr Leben verändert haben, als sie zurück zur Erde gekommen sind. Weil sie einmal diese Erde gesehen haben, so ein kleines Ding, so eine kleine Kugel. Da passiert alles. Das ist alles. Mehr gibt es nicht. Mein ganzes Leben, alle Menschen, die ich kenne, alles, was ich je gesehen habe und je sehen werde, ist da auf dieser kleinen Erde. Und dann kommen sie zurück und ändern ihr Leben. Vielleicht sollte man das einführen. Ja, wobei, da wäre ich vorsichtig. Also nicht alle Astronauten, die ich kenne oder Astronautinnen sind auch wirklich weg. Die beim Mond waren aber. Die müssen beim Mond gewesen sein. Ach so, ach so. Die müssen die Erde so ganz klein gesehen haben. Nicht einfach nur so über der Erde, sondern wirklich so dieses, dass es so eine Kugel wird. So weit weg. Ja, okay, ich verstehe. Ja, gut, aber es, ja, okay, ja. Ja, ja. Aber ich wäre, also ich muss sagen, ich habe auch, okay, Mond, okay, gut, ich habe, ich verstehe, was du sagst, klar. Aber es gibt auch Leute, die bleiben auch stockkonservativ nach solchen Erfahrungen. Also ich will nicht sagen, dass die deswegen weniger menschenfreundlich sind. Du kannst auch stockkonservativ und trotzdem aus deiner Sicht sehr menschenfreundlich und verbunden sein und würdest dann sagen, nee, liberale Linke sind in Wirklichkeit menschenunfreundlich, weil die halt die Grundsätze des Lebens in der Neuzeit in Frage stellen und so. Aber ich denke, ganz ernst, ich denke, du hast eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit durch ein tiefes Bindungsgefühl, das ist ja das, die haben ja dann auf einmal dieses tiefe Bindungsgefühl zur Erde auf einmal, was sie vorher nicht so hatten, weil sie eher aus technischen Umgebungen oder sowas kommen, Ingenieurinnen, Ingenieure, Physiker, sowas. Und das kannst du, glaube ich, auf eine sehr preiswerte Methode viel schneller kriegen, nämlich wenn du dich einlässt auf eine tiefe, vertrauensvolle Bindungen und notfalls dann eben auch durch sexuelle Handlungen, also durch Geschlechtsverkehr oder sonst was, was halt sehr, sehr gut Bindungen zusätzlich mit den entsprechenden Ausschüttungen der entsprechenden Stoffe erzeugt. Also deswegen, das würde ich für zuverlässiger halten als der Mondbesuch, weil ich da eben nicht so ganz sicher bin, ob die wirklich alle ihr Leben wirklich so geändert haben, wie wir uns das aus der Geschichte vorstellen. Also das, was ich bisher gesehen habe, war jetzt nicht so überzeugt als Lebensänderung. Ja, ja, jetzt wollte ich da gerade noch was dazu sagen. Naja, mit diesen Konservativen, also wie du es gesagt hast, sie würden ja alle von sich behaupten, dass sie menschenfreundlich sind. Wir würden das ja alles behaupten. Aber das Problem ist, umso mehr, also was ich halt merke, ist, Psychedelika oder diese Erfahrung, diese verbindenden Erfahrungen machen uns wahrscheinlich offener und freier und liberaler. Aber wenn wir ja überhaupt nicht offen für die Erfahrung sind, können wir sie auch nicht machen und können gar nicht offener werden. Und so ist wahrscheinlich auch irgendwie das Verbot entstanden. Deswegen sind diese Substanzen ja auch illegal. Die sind ja nicht illegal, weil Menschen, die ausprobiert haben und gesagt haben, nee, das hat mir nicht gefallen, das ist schlecht. Sondern alle, nicht alle, aber die meisten, die meisten, die sagen, das gehört verboten, haben es noch nie gemacht. Aber das können wir ja nicht ändern, weil, also das ist ja wie so ein, das weiß man sich ja so, selber in den Schwanz. Und was denkst du, was ist so der, der eigentliche tiefste Grund eigentlich, warum diese Erfahrungen, sage ich jetzt einfach mal, diese, diese substanzinduzierten Erfahrungen nicht erlaubt sind, warum die, warum die verboten sind? Weil du danach nicht mehr ausbeuterisch arbeiten kannst. Das ist das Problem. Und unsere, unsere gesamte Industriekultur, sagen wir mal, von mir aus jetzt spätestens seit 1880 oder 1850, beruht ja darauf, dass Natur und Tiere ausgebeutet werden, Menschen auch, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Und wenn du, wenn du eine tiefe, psychodelische Erfahrung gemacht hast, ist das nicht mehr möglich. Also außer, klar, wir haben ja gesagt, es gibt ja nicht nur jetzt eins und null, aber im Grunde genommen wirst du dann lauter Menschen haben, die sich nicht mehr in ausbeuterische Prozesse einspannen lassen. Während vorher ist es so, da sagen alle Leute, sie haben Tiere lieb oder irgendwas, Natur oder sonst irgendwas, aber ihre Handlungen zeigen, dass es ihnen halt scheißegal ist. Das, was man heute Speziesismus nennt, ich streichle meine Katze und das Schwein wird halt in seinem eigenen Dreck sterben. Ich habe mir gerade die neueste Liste angeguckt, die finde ich die allerbizarreste, nicht dieses Tierwohl-Ding, sondern es gibt von einer großen Supermarktkette und anderen Leuten gibt es noch ein anderes Label, das heißt nicht Tierwohl, sondern das heißt ein bisschen anders und da habe ich mir mal angeguckt, was sie da als tierfreundlich angeben und da habe ich echt an meinem Verstand gezweifelt und das würde jeder, der mal eine Natur, in dem Fall, nehmen wir jetzt mal Naturverbundenheit, das ist für mich immer interessant, eine Naturverbundene Offenheitserfahrung gemacht hat, der würde sagen, ja nee, auf gar keinen Fall, also ich unterstütze das in keiner Weise, ich werde das nicht kaufen, ich werde das nicht, ich werde nicht hingehen und sagen, ja es ist ja eine Verbesserung zu vorher, das wird zum Beispiel von mir sehr oft verlangt, dass das sogar Tierschutzorganisationen, sehr große Tierschutzorganisationen sagen zu mir, Marc, bitte unterstützt dieses neue Tierwohl oder was auch immer Label, weil das ja eine Verbesserung zu vorher ist und dann bin ich zum Beispiel derjenige, der sagt nein, weil das ist natürlich eine Verbesserung, wenn man jetzt eine Skala von 0 bis 100 hat, dann haben wir jetzt eine Verbesserung von 0 auf 0,01, aber das stütze ich nicht, da mache ich nicht mit, ich würde vielleicht mitmachen, wenn wir von einer ernsthaften Verbesserung jenseits der 50% oder 70% reden würden, aber nicht sowas, weil das ist wirklich eine lächerliche Augenwischerei und ich glaube, das ist das Problem, deswegen ist es vielleicht auch so, dass manche Drogen erlaubt geblieben sind, zum Beispiel Alkohol, weitaus schädlicher als psychedelische Substanzen, das auch nur im Entferntesten sein könnten, sehr gut untersucht, die Studie von Kollegen Nutt ist ja sehr bekannt, aber da gibt es ja auch viele andere Studien zu und man muss halt auch irgendeine Droge erlauben, damit die Leute die Spannung abbauen können und psychedelische Drogen sind halt auch nicht gut geeignet zum schnellen Spannungsabbau, also da ist Alkohol natürlich viel besser, alle sind total überarbeitet oder sonst wie gestresst, weiß der Teufel von irgendwas, ja und dann machen die sich halt irgendwie eine Flasche auf oder sowas und dann hast du relativ schnell den Spannungsabbau und das geht natürlich mit der Muttersubstanz nicht, weil wie du schon sagst, Set und Setting, also wenn du natürlich mega gestresst und mega angespannt jetzt in eine psychedelische Sitzung reingehst, dann ist das nicht gut, dann hast du nicht diesen Klick oder zum Beispiel Schlafmittel sind deswegen auch erlaubt, Schlafmittel, unfassbar, ich habe im Zivildienst keine einzige alte Person erlebt, die nicht Alkohol und Schlafmittel abhängig war, 100% der betreuten Personen waren Schlafmittel und Alkohol abhängig, 100% und auch da ist natürlich sehr praktisch, Schlafmittel sind natürlich gut, weil wenn die Leute wieder mega gestresst sind, dann kriegen sie Schlafmittel, dann haben sie zumindest Schlaf gehabt und sind wieder einsatzfähig, also so, Kaffee noch, ja genau und Kaffee, ja wobei Kaffee ist nicht so problematisch, das ist eigentlich gut untersucht, dass das eigentlich, also es passt da rein, da hast du schon recht, aber den würde ich jetzt nicht zu den problematischen Drogen zählen wie Alkohol. Also ich finde, ich fand das ganz interessant, ich stelle mir gerade vor, hoch, runter, weg, also hoch, Kaffee, runter, Schlafmittel, Alkohol, weg, das sind so unsere Ausflüchte. Ja, aber beim Kaffee, den würde ich wirklich nicht nehmen, weil der eigentlich eher gesundheitlich neutral bis fördernd ist, da würde ich eher dann die Aufputschmittel nehmen, die sind aber wahrscheinlich verboten, weil du natürlich, wenn du das, was du gerade sehr schön geschildert hast, wenn du das jetzt machst, Aufputschmittel, Downer, ausschalten, dann wird das früher oder später zu zu starken Schäden führen, das heißt, es ist besser, wenn dein Aufputschmittel die Arbeit ist, die industrielle Arbeit, also da, dann hast du noch was geleistet sozusagen, das ist dein Aufputschmittel, ja, und dann nimmst du hinterher die beiden anderen, weil das, weil dann hast, dann ist wirklich noch eine Leistung da, weil wenn jemand nur das Aufputschmittel nimmt, dann geht das und dann den Downer und dann sich abschaltet, dann geht das natürlich auf Dauer nicht gut, während als industrielle Verwertungsgemeinschaft brauchst du natürlich den aufputschenden Teil brauchst du noch, um eine Dienstleistung oder eine sonstige Leistung zu erbringen, ja, ja, das ist wirklich lustig. Ja, und der Kaffee würde aber auch dafür, deswegen ist der Kaffee so groß geworden, deswegen gab es Kaffeepausen und so, weil man ja wollte, dass die Leute mehr leisten, deswegen hat man das eingeführt. Nee, das passt auf jeden Fall da rein, nur ich würde Kaffee wirklich da rausnehmen, weil es halt untersucht ist, das ist so ähnlich wie mit den Psychotropensubstanzen, es ist halt untersucht, dass Kaffee in normalen Maßen genossen, ich glaube, die letzte Studie war, glaube ich, bis zu sieben Tassen pro Tag oder so, dass das eher gesundheitsfördernde Wirkungen hat, wenn überhaupt. Da kannst du natürlich auch wieder fragen, okay, es ist schwer doppelt zu verblinden, natürlich, da müsste man ein Koffein freien. Aber die haben eine riesen Metastudie gemacht, um das, also mit Hunderttausenden von Datensätzen und das ist dann eigentlich eine gute Studie. Deswegen würde ich eher Kaffee eher so in die Ecke der Psychotropen von mir aus Drogen oder wie auch immer du das nennen willst, setzen und sagen, okay, alles klar, aber es, die, die Frage ist eher, warum eben die anderen Sachen so hart verboten sind, die überhaupt nicht verboten sind, während andere, die man unbedingt verbieten müsste, nicht verboten sind. Also das ist ja wirklich auch so ein religiöses Thema fast schon. Also Menschen, die gegen Drogen sind, sage ich jetzt mal, also die meisten, die sind ja nicht nur einfach gegen Drogen. Also das geht nicht. Das ist das Schlimmste, wenn du das machst. Das ist gefährlich. Ich will mit dir nichts zu tun haben, wenn du das machst. Und das ist so, also ich hatte dem Letzten einen Freund von mir, seine Freundin ist in Therapie und die hat dann, die hat MDMA genommen, privat, und da ist dann so ein Trauma hochgekommen, so aus der Kindheit, aus der Jugend. Und dann hat sie es natürlich gedrückt und dann wollte sie das mit ihrer Therapeutin besprechen, hat es dann so erzählt, dass das hochkommen ist und bei dieser MDMA-Fassung die Therapeutin hat gesagt, bei MDMA ist, nee, nee, das ist nicht passiert. Nee, da können wir schon gerne drüber sprechen, über das Thema, aber wir müssen da nochmal neu drauf kommen, ohne die Drogen. Also, also, also da frage ich mich immer so, warum ist das so ein, so ein religiöses Thema? Also, das ist ja wirklich, so tiefer geht es ja nicht, dass man davon überzeugt ist und dieses ganze System dahinter, das möchte ich halt gerne verstehen. Also, wo setzt man da jetzt eigentlich am besten an, wenn man dieses System ändern möchte? Ja, ich denke, so wie es ja auch passiert ist, ist ja schon passiert, du willst die Leute mit den Posttraumastörungen, willst du wieder nützlich machen, sodass sie wieder was leisten können und so hat sich das wieder eingeschlichen. Also, dass man gesagt hat, okay, wir kriegen das mit keiner anderen Therapiemethode vernünftig hin, da müssen wir jetzt leider mal einsehen, dass das, was ja längst schon bewiesen ist, MDMA, Psychotropesubstanzen und so weiter in einer kontrollierten Umgebung mit Psychotherapie natürlich nur und vernünftiger Begleitung, dass das wirkt. Also, im Grunde genommen, das ist das, wo wir jetzt hier schon von Kapitalismus und Industriegesellschaft, das stammt von Karl Marx, also, du musst, du musst den versteinerten Dingen die eigene Musik vorspielen, um sie zum Tanzen zu bringen. und genau so ist es. Das ist genau hier passiert. Man hat ja diesen religiös versteinerten Drogenablehnungsding, hat man jetzt die eigene Melodie vorgespielt, nämlich, aber es geht doch um Leistungsfähigkeit und dann auf einmal kommt das Ganze wörtlich in Bewegungen oder Instanzen oder zu gesetzlichen Veränderungen. Also, erst mal das und das Zweite, das System, was dahinter steckt, ist tatsächlich natürlich teilweise religiös, weil du kannst, sagen wir mal, zum Beispiel die christlichen Kirchen, also besonders die katholische, die hat ja dafür gesorgt, dass es überhaupt erst mal Ordnung gab. Bezirke, Klöster, Wissensstrukturierung, Durchsetzung von politischen Maßgaben, das ist ja das, warum die überhaupt noch so überhaupt vorhanden sind. Die sind ja sonst überhaupt nicht mehr nötig. Aber das sind noch diese Erinnerungen aus der Vergangenheit. Ohne die kirchlichen Institutionen hätten wir also kein Europa, wie wir es heute haben, als Industrieort und aber auch als strukturierter Ort mit festen Grenzen und so weiter und festen Gesetzen. So, und die haben natürlich jetzt gerade im christlichen Bereich überhaupt gar kein Interesse daran, dass jemand anders, außer den Priestern, den männlichen in dem Fall bei den Katholiken, halt überhaupt spirituell vorgeht. Kontakt mit der, mit was Größerem aufnehmen darf. Ja, richtig. Und vor allen Dingen halt auch nicht, wie du das vorhin schon geschildert hast, so unkontrolliert, dass man alles zulässt, weil die, weil das natürlich in den christlichen Regionen so ist. Da sollst du eben überhaupt gar nichts zulassen, sondern du sollst die Gewissheit haben, auf der Erde ist ein Jammertal, durch das schreitest du durch. Wenn du moralisch intakt bleibst, kannst du hinterher in eine ewige gute Umgebung kommen. Auch bei Muslimen, bei Juden, das ist ja überall so. In der einen oder anderen Form. Oder selbst bei Buddhisten kann das vorkommen. Also bei allen möglichen Religiösen. Und da ist es natürlich nicht gut, wenn du da zu viel Freiheit den Leuten einräumst und da halt die Substanz nicht kontrollieren kannst. Oder reden wir vom Ritual. Du kannst das Ritual nicht kontrollieren, die Substanz sowieso nicht. Weil natürlich gerade bei psychedelischen Substanzen findest du halt alles Mögliche interessant. Es ist unmöglich, das zu steuern. Also die Lavalampe, die ich vorhin erwähnt habe, ich meine, das weiß jeder, der das schon mal ausprobiert hat, du denkst dir so, boah, das ist bestimmt mega interessant. Und dann auf einmal ist aber die Papete so viel spannender gewesen. Ja, also die, die so. Oder irgendwas. Und, äh, oder irgendein Geräusch oder die Blätter rascheln oder sonst was. Und dadurch, äh, ist das halt für dieses strukturierte, geordnete, auch schon vorindustrielle. Jetzt sind wir sogar schon weit in der vorindustriellen Zeit, wo es überhaupt nur darum geht, überhaupt mal die menschlichen Kulturen irgendwie zu strukturieren. Da, äh, kannst du damit nichts anfangen. Da kommt das Verbot her. Eindeutig. Was würdest du denn sagen, wie kann man sowas ändern? Also, wo setzt man da in der heutigen Zeit am besten an? Also, bei Cannabis funktioniert es ja jetzt auch irgendwie so. Hat es ja irgendwie jetzt geklappt, dass Cannabis legal wird. Und jetzt frage ich mich natürlich bei Psychideka, ähm, können wir das einfach genauso machen wie, wie, wie bei Cannabis irgendwie? Also, siehst du da irgendwelche Parallelen? Nee, sehe ich überhaupt keine Parallelen. Also, bei Cannabis war es so, das war halt, es hatte sich halt so verbreitet, oder hat sich jetzt so verbreitet, dass dann in den USA natürlich, äh, also da kamen ja mehrere Sachen zusammen. Dann hatten wir dieses Schulattentat, ähm, dieses, also da gibt es ja dauernd Schulattentate, aber es gab ein, ein sehr bekanntes. Und, äh, der Bundesstaat, der hat dann gesagt, okay, wir müssen wirklich mal grundsätzlich drüber nachdenken, wie wir mit unseren Kindern und Jugendlichen umgehen. Ganz grundsätzlich. Ne, das war, äh, Denver, Colorado oder wo auch South Park die Serie herkommt. Und, ähm, die Serie spielt ja auch sehr stark damit, äh, Grundannahmen zu unterfragen. Aber auch konservative Einstellungen offen zu lassen. Also, bei South Park ist es ja so, du darfst religiös sein, du darfst konservativ sein, du darfst wirtschaftsorientiert sein, du sollst halt nur nicht den ganzen Bullshit die ganze Zeit glauben, ne. Also, das ist ja auch, äh, das ist ja keineswegs jetzt rein anarchisch oder so, die Serie. Und, ähm, da haben die dann eben überlegt, wie man das mit der Legalisierung machen kann. Dann ging es über die Medizin, also auch aus der Traumasache raus, ne, durch Schulattentate. Oder durch das Schulattentat. Und dann hat man sich halt überlegt, okay, wir können mega viel Steuern abgreifen, die sonst in die organisierte Kriminalität wandern. Das wollen wir halt auch nicht. Das leuchtete den Amerikanern natürlich sofort ein. Also, eine wirtschaftliche Argumentation. Und, ähm, so, äh, so kam das dann, dass man ja, ähm, sehr schnell dann versucht hat, mal zu gucken, wie viel Geld dadurch der OK, der organisierten Kriminalität, entzogen wird. Und gleichzeitig dann in, ähm, Präventionsmaßnahmen, die, die setzen das Geld ja tatsächlich für soziale Fürsorge ein, dass diese Steuermehreinnahmen, ähm, dass man das dafür verwendet. Und dann stellte sich raus, äh, bei dem, beim allerersten Bundesstaat, die als ersten legalisiert haben in den USA, dass die Rate der Verbrechen sofort gesunken ist, innerhalb von sechs Monaten. Die haben innerhalb von sechs Monaten, haben die einen so starken Verbrechensabstieg gehabt, dass die gesagt haben, okay, das kann jetzt nur daran liegen. Es gibt keinen anderen Einfluss, der diese Rate an Einbrüchen, an, äh, Raub, äh, Tötungsdelikten und so weiter erzeugt. Und, was für die Amerikaner wieder sehr interessant war, eine Amerikanerin, es sind, ähm, ich hab die Zahl jetzt grad nicht im Kopf, aber irgend so was wie, sagen wir mal, irgendwas zwischen 25 und 150 Millionen Dollar oder so was, sind jetzt frei geworden, äh, durch Polizeiarbeit, die nicht mehr benötigt wurde, weil die nicht mehr jeden Hops genommen haben, der da zwei Gramm Marihuana in der Tasche stecken hat. Und das leuchtete jetzt allen an. Dann hat Washington legalisiert und viele andere. Jetzt, als ich grad in New York war, kannst du sogar mit dem QR-Code, kannst du dir vom Poster da das abscannen. Und hab ich auch Videos zugemacht, könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr wollt. Cannabis in New York, Cannabis Legalisierung in New York. Und, ähm, ich seh aber keinen Zusammenhang zu dem Psychedelika, weil, soweit ich das jetzt sehe, kommen die wirklich aus dieser Ecke, die ich grad geschildert habe. Wir wollen die PTBS-Leute nützlich machen wieder, wenn sie depressiv zu Hause sitzen und die Kinder Angst haben, dass der Papa oder die Mama sich gleich erschießt, ist das schlecht für die ganze Familie und für die, für Papa und Mama. Und deswegen holen wir uns das als Therapeutikum rein. Die unausgesprochene Wahrheit ist natürlich, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der unglaublich viele Leute psychedelische Substanzen ausprobiert haben. Das heißt, jetzt hast du auf einmal in der Rechtsprechung, ähm, wie auch bei der Cannabis Legalisierung in Deutschland, fing das ja auch damit an, dass man gesagt hat, Mindermengen und so. Das waren natürlich auch Leute, die, äh, die selber Erfahrungen damit hatten und sich nicht so lächerlich rausgeredet haben, wie Bill Clinton, der ehemalige US-Präsident, der sagt, ja, ich hab gekifft, aber nicht inhaliert oder so. Ich meine, das ist ja wirklich, es ist ja so lächerlich, also da braucht man jetzt ja, weil zum Beispiel, ich inhaliere auch tatsächlich nicht, ja, weil ich super Lungen, äh, bürstel bin, aber, ähm, da hab ich ja trotzdem gekifft, was soll das denn? Also, dann ist es halt über die Mundschleimhaut in den Kreislauf gekommen, das ist ja lächerlich. Also gut. Ja, ja. Und deswegen glaube ich, dass das zwei verschiedene Geschichten werden am Ende des Tages. Ja. Ja, ich fände das auch schön, wenn Menschen einfach offener darüber sprechen. Also der Karl Lauterbach, der hat ja zugegeben, immerhin öffentlich, dass er das mal probiert hat. Das fand ich, das fand ich dann cool, weil es hab ich, also es wird ja nie, kein Politiker oder so, würde es irgendwie zugeben, dass er das jemals schon mal probiert hat. Es ist ja noch viel schlimmer. Es ist viel, viel schlimmer. Ich bin ja für einen Handverband und für alle möglichen Aktionen, aber auch Hersteller, die so, die so jetzt, dieses Luxusequipment aus Edelstahl herstellen, Edelgrinder und so, könnt euch auch alles im Netz angucken. Da gibt es ganz lange Interviews, die nur von Cannabis und sowas handeln, teilweise anderthalb Stunden und irgendwann haben die rausgekriegt, dass ich überhaupt kein Cannabis-Verwender bin. Also ich hab, wie gesagt, also wenn, also vielleicht, ich hab mal in einem Interview gesagt, einmal im Jahr irgendwie, wenn, aber das stimmt gar nicht, das ist noch viel, viel, viel seltener. Also nehm ich mal, wenn der Joint da irgendwo kreist, dann so, also das ist wahrscheinlich eher alle fünf Jahre oder so, ja, also wirklich. Und dann waren die total von Kopf geschlagen und haben gesagt, hä, wieso setzt du dich denn jetzt hier für uns ein? Und ich so, weil es überhaupt nicht darum geht, ob, es geht nicht um mich, da sind wir wieder mit dem Psychedelika, es geht darum, dass hier einfach totaler Scheiß, der wirtschaftlich, polizeilich, kriminalistisch, sozial, persönlich, für andere Leute auf jeder Ebene totaler Bullshit ist, da kann man sich auch mal für einsetzen, ne, so wie ich mich auch für die Natur einsetzen kann, obwohl sie mir scheißegal ist, aber ich kann trotzdem sehen, dass da irgendeine Schönheit oder Nutzen oder irgendwas da drin ist. Und, ähm, jetzt kommt das Schlimme, dann so gerade in den letzten Jahren, als klar war, dass das irgendwie legalisiert wird, dann Portugal, oder die Einschläge kamen näher und, ähm, dann wurden die Leute ein bisschen mutiger, besonders die Firmen halt und der Handverband und so natürlich sowieso. Und dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe das Problem, wieso fragt ihr eigentlich dauernd mich, fragt doch mal die ganzen Künstler und Künstlerinnen, von denen ich weiß, dass die jeden Tag kiffen oder, oder, ja, jeden Tag, sagen wir es ruhig mal, wie es ist, so. Und, ja, und dann stellt sich raus, es traut sich, im Jahr 2022, keiner, wir haben original, bei der letzten Kampagne, haben wir, glaube ich, keinen gefunden. Keinen einzigen Künstler oder Künstlerin, die sich getraut haben, die jetzt was bekannter sind. Ja, ich finde das so krass. Ja, okay, Leute, also, sorry, ne? Und ich glaube, genau das bräuchten wir. Also, ich glaube, sobald, ich sage jetzt mal, prominentere Menschen anfangen, über ihren Konsum, der auch durchaus positive Effekte hatte, zu sprechen, ab dann ist es ja nur so eine Frage der Zeit, ab dann wird es ja nicht, nicht, ähm, gesetzlich, irgendwie bekannt, oder gesetzlich geregelt, sondern es wird gesellschaftlich geregelt. So war es ja bei Cannabis eigentlich schon auch. Also, das wird ja jetzt nur legal, weil halt die meisten Menschen heute sagen würden, ja, also, ja, harte Drogen nicht, aber Cannabis, ja, ja, das ist schon okay. Also, weil, weil auf einmal ist Cannabis jetzt eine weiche Deroge, auf einmal ist es okay. Da hat sich jetzt nichts verändert, irgendwie von der wissenschaftlichen Basis, aber gesellschaftlich. Und ich glaube, das müssen wir auch bei Psychideker hinbekommen. Also, nicht nur Wurst-Mith und so, sondern anders. Ja, aber, ähm, ich glaube, das würde sehr lange dauern. Also, wenn du das gesellschaftlich hinkriegen würdest, weil die meisten Menschen natürlich auch wirklich jetzt kein Interesse dran haben. Also, ne, also, ich kenne jetzt, also die meisten Menschen, die ich kenne, haben überhaupt kein Interesse daran, sich da irgendwie näher zu informieren, oder mal so ein Erlebnis zu haben. Das kratzt die überhaupt nicht. Das heißt, das ist halt anders als bei Cannabis. Mit Cannabis, da sind halt viele Leute in Berührung gekommen, irgendwann mal in ihrem Leben, und sei es halt, wie ich schon sagte, weil da irgendein Joint gekreist hat, oder irgendeiner eine Pfeife angemacht hat, oder ein lustiges, selbst gebasteltes Ding, aus einer Flasche, oder so eine lustige Bong. Ich habe ja auch entschieden, sagen immer, denken immer alle, ich benutze die, das ist so eine pinke Hexe. Fand ich einfach mega lustig, eine pinke Hexe-Bong, dachte ich mir so, das ist lustig. Und, da denke ich, da wirst du im Psychedelika nicht den gesellschaftlichen Wunsch erreichen, weil die Leute einfach keinen Bock auf die Erfahrung haben. Das ist doch zu komplizierte, die Erfahrung. Was du vorhin auch gesagt hast, mit den Schlafmitteln und so, das sind eben sehr verlässliche Substanzen, so Schlafmittel, müde, Alkohol, benebelt. Cannabis ist aber auch nicht. Ich finde, Cannabis kann auch sehr viele sein, also es gibt ja viele, die werden total paranoid und so, aber es ist trotzdem noch nicht wie bei Psychedelika. Bei Psychedelika, wenn du nicht bereit dafür bist, auf einmal musst du dich irgendwelchen Ängsten gegenüberstellen, Bad Trip, Substanz ist scheiße. Ich würde noch was ergänzen, bei Alkohol kommt noch die Enttämmung dazu. Das ist ganz wichtig, das kannst du auch messen, also Alkohol ist auch halt auch enttämmend. Und deswegen funktioniert es auch gut, weil sofort die Hemmungen wechseln, also es ist direkt dosisabhängig, also direkt, je nachdem wie viel Gramm Alkohol sozusagen getrunken hast, umso enttämmter wirst du. Das ist halt auch sehr zuverlässig und sehr sicher. Und auch nicht, es ist auch nicht so, viele Leute denken bei Alkohol, dass die Alkoholiker sozusagen sich an den Alkohol gewöhnen würden. Das stimmt nämlich gar nicht. Du gewöhnst dich gar nicht, wie bei Opiaten da dran, sondern du gewöhnst dich nur an die Ausfälle und kannst die besser vorhersehen. Deswegen sind die Leute, die Alkohol gewohnt sind, torkeln die halt nicht ständig durch die Gegend, sondern die sind halt nur sozusagen vorsichtiger. Bei Cannabis gibt es das übrigens auch. Cannabis-Autofahrer und Autofahrerinnen fahren zum Beispiel langsamer, weil wir uns am Anfang gewundert haben, warum die weniger Unfälle bauen, weil das ergibt ja echt keinen Sinn. Und das liegt da dran, weil die die Wirkung schon kennen und dann deswegen... Vorsichtiger, ja. Also ich denke, du hast da echt den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist... Die Substanz ist schwierig, würde ich sie gar nicht nennen, aber wie du gesagt hast, zu unvorhersehbar. Unvorhersehbar, ja. Und darauf möchten sich Menschen in der Industriewelt, in der industriellen Welt nicht einlassen. Die wollen zuverlässige Sachen, ne? Kontrolle. Das ist halt... Also darum geht es ja bei Psydika. Sie entreißen dich deiner Kontrolle. Du kannst schon noch weiter kontrollieren. Viel Spaß. Ist halt scheiße. Ist halt dann nicht nice. Ist halt eine schlechte Erfahrung am meisten. Ja, genau. Und, was man auch vergisst, wenn du dich so drauf einlässt, wie gesagt, es kann auch mal schief laufen und so weiter, aber sagen wir mal, wenn du dich drauf einlässt, dass du auch eine Erfahrung, die du nicht vollständig kontrollieren kannst, dass sie trotzdem interessant ist, so wie eine Reise, was die Leute aus der DDR gemacht haben, mit dem Mofa nach Paris, sobald die Grenze auf war. Da war denen klar, dass sie nichts kontrollieren konnten. Fällt das Mofa auseinander, kann ich französisch und so weiter. Habe ich genug Geld dabei? Welche Währung benutze ich? Das wusste ja keiner. Und die haben das trotzdem gemacht und haben gesagt, wir sind aber bereit für die Erfahrung, weil die wollen wir gerne machen. Wir wollen jetzt mit dem Mofa nach Paris fahren. Mal sehen, wie das wird. Und wenn du dich darauf einlässt, mehr ist es ja gar nicht, wenn du nicht in die Hochdosisbereiche gehst, wo diese ganz spirituellen Sachen und diese Farb- und Form-Extremveränderungen, also diese Komplettauflösung stattfindet, dann redest du wirklich von dem Trip mit dem Mofa nach Paris. Mehr ist es ja nicht. Weiß ich nicht, von Görlitz nach Paris. Und dass du da in Wirklichkeit total viel Kontrolle gewinnst, das, glaube ich, ist den meisten Menschen nicht klar, weil du lernst nur, welchen Handlungsspielraum du auf der einen Seite hast, aber wie viel du auch überhaupt, sagen wir mal, durchstehen kannst, im Guten wie im Schlechten, wenn du der Situation ausgesetzt bist. Deswegen sind ja alle Abenteuergeschichten vom Herrn der Ringe bis zu Fifty Shades of Grey sozusagen, was ja dann so eine, scheinbar so eine, ich habe es nicht gelesen, aber so eine Märchengeschichte ist. Aber auf jeden Fall erfahren die irgendwas und dadurch merken die, was sie können und was sie nicht können. Egal, ob du jetzt dem Drachen das Gold abluckst, wie im Hobbit oder so. Und das macht was mit dir. Und ich meine, jede Abenteuergeschichte handelt davon. Nur, die Menschen möchten sie halt nicht selber durchführen. Sie werden auf der Kinoleinwand kontrolliert oder im Buch kontrolliert erleben. Ja, haben halt Angst. Ich glaube, so Angst ist so das Grundgefühl, das dahinter steckt. Und das, was dem gegenübersteht, also um das zu kontern, was du jetzt gesagt hast, das hier mit dem nach Paris fahren, ist halt Mut, würde ich sagen. Und dahinter muss dann aber auch irgendwie so eine Art Überzeugung stehen oder so ein Vertrauen. Ja, so ein Vertrauen einfach, dass das was bringt. Ich würde es, genau, das würde ich auch, würde ich ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, statt Mut würde ich es Neugier nennen. Das reicht schon. Und dann, das Zweite ist auf jeden Fall so, du musst ein Mindestgrundvertrauen haben. Aber das musst du halt auch in menschlichen Bindungen sowieso haben. Ich meine, klar kann sich herausstellen, also wirklich, das ist ja, wo wir gerade von der DDR geredet haben, ist ja auch passiert, stellt sich raus, dein Spitzel für die Stasi war dein Ehemann oder deine Ehefrau. Das ist tausend von Leuten passiert in der DDR. Und klar, dann hattest du eigentlich eine sichere Bindung, aber danach verändern, lernst du halt was daraus. Also ich meine, ich will damit sagen, das kann auch katastrophal sein, das muss nicht immer nur schön sein, aber du lernst, was du durchstehen kannst. Das heißt, wenn du neu, du musst, ich bin zum Beispiel nicht mutig, ich bin überhaupt kein mutiger Mensch, aber ich bin neugierig und offen und ich habe gesehen oder gelernt im Laufe meines Lebens, dass eben alles, was in Richtung von, was du Mut nennen würdest, was in diese Richtung überhaupt geht, was ich nicht habe, aber was in die Richtung gehen würde, habe ich nur durch Erfahrung gelernt. Das kommt nicht aus meiner Überzeugung, dass ich was leisten kann, überhaupt nicht, sondern das kommt einfach daraus, dass ich mich irgendwas interessiert hatte, ich neugierig war. Also ich denke, solche Menschen gibt es auch, also so wie mich, die da einfach mehr so rein stolpern, so Forrest Gump mäßig. Also ich stolper einfach durchs Leben und gucke dann mal, wie es läuft. Besser wäre natürlich das, was du gesagt hast, wenn du vorher schon was mutiger bist oder so, aber das kannst du natürlich überhaupt nicht fordern, besonders wenn die Leute einmal in den richtigen Prozessen drin stecken, weißt du, so sagen wir mal, deine beiden Kinder sind fünf und sechs, auf der Arbeit ist immer Stress, was weiß ich, die Mieten werden immer teurer, es ist Inflation, und da ist es natürlich schwer, wenn du zu den Leuten hingehst und sagst, hey, seid da mal ein bisschen mutiger. Da sagen die, ja, okay, aber wir haben einen 18-Stunden-Tag. Ich meine, das ist so ein bisschen, große Worte da noch von, grundsätzlich von Mut zu sprechen. Als Zuversicht vielleicht, Zuversicht wäre vielleicht... Vertrauen, habt doch Vertrauen. Ja. Und da schließt sich für mich auch gerade so der Kreis, wenn wir so von Kindern sprechen, Neugier, Vertrauen, das ist doch eigentlich auch eine sehr kindliche Eigenschaft. Wir müssen ja, also wir müssen ja vertrauen als Kind, wir müssen ja, was unsere Eltern uns sagen, die machen für uns, wir haben ja gar keine andere Wahl. Und da hatte ich dann auch dann wieder so das Gefühl, das ist auch das, was ich oft, was mir dann auch wehtut, wenn ich das sehe, wie das verloren geht, so im Laufe unseres Lebens, wie wir irgendwie gar nicht mehr wissen wollen, oh, das schaue ich mir jetzt mal genauer an, oh, das ist ja interessant, so das, was ich zum Beispiel durch psychedelische Erfahrungen im Wald dann wiederentdeckt habe, einfach mal so ein Platt anschauen, einfach mal so die ganzen kleinen, feingliedrigen Äterchen so anschauen, so, boah, das ist ja voll interessant und das, ja, das tut mir so ein bisschen weh, wenn ich Menschen dann oft sehe, wie ihr Leben sie so geprägt hat, dass sie Angst haben vor neuem, Angst haben vor neugierig sein, es tut mir irgendwie leid. Sie können es natürlich auch langweilig finden, das ist das Problem. Deswegen denke ich, dass du das sehr schwer aufgebohrt kriegst, durch, durch so eine Art Aufklärungskampagne oder so, weil das ist ja zum Beispiel diese selben feingliedrigen Verästigungen, das sind ja fraktale Strukturen, so Julia Mengen oder sowas, Mandelbrot irgendwas und die, das kannst du auch komplett aus der Mathematik haben. Also du kannst dich komplett null für die Natur interessieren und dann stellst du fest, okay, ich kann im Computerspiel, so wird es ja auch gemacht, mit Fraktalen kann ich Berge, Flüsse und die Blattadern, alle mit exakt derselben Formel, Blutgefäßsystem des Menschen, die folgen alle exakt, haargenau derselben, super einfachen Formel. Also die ist so einfach, die kann ein Kind lernen und auch selber ausrechnen. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass du das Erlebnis hast, dieses, okay, das gehört alles zusammen, aber rein aus der Zahlenwelt oder so. Deswegen wird das so schwierig, glaube ich, jetzt Psychedelika aus irgendeinem der von uns bisher geschilderten Gründe, den Leuten, sagen wir mal so, schmackhaft zu machen. Also wenn du nicht diese Grundneugier dabei hast, wirst du die Leute nicht dazu kriegen, weil, sagen wir mal, einer ist ein Knochen-Trockner-Mathematiker oder Mathematikerin und dann wird der sagen, ja, ich weiß, was du sagst, brauche ich keine Pilze für. Oder jemand, der die Familie um die Ohren hat, sagt, ja, okay, kann echt gut sein, ich habe jetzt einfach was anderes zu tun. Oder jemand, der gerne in einem Industriebetrieb eine bestimmte Position erreichen will, der sagt, okay, kann alles sein, aber ich muss mich jetzt halt hier totarbeiten und ich möchte das auch. Also ich möchte so sein, weil ich gerne Wohlstand möchte, das ist ja das große Wort, Wohlstand. Also ich denke, es ist, der Trick über dieses, es ist nützlich, ist glaube ich echt der Beste, weil letztlich haben die das bei Cannabis ja auch mitverwendet, indem sie gesagt haben, okay, wir lassen das medizinisch zu und dann hat sich ja von da aus sofort gezeigt, dass dann auf einmal jeder ein Rezept hat und dann hat man gesagt, ja, okay, dann können wir es jetzt auch bleiben lassen. Also chronische Schmerzen, Depressionen, Rückenschmerzen etc. Ich meine, das kannst du sowieso nicht prüfen. Insofern dann komm, dann lassen wir es jetzt. Ja, das sehe ich auch so, so wie du das gesagt hast. Ich glaube, der Weg für Psychedelika ist genauso medizinisch. Jetzt machen wir unsere Studien. Also da musst du dich echt mal nur mal reinlesen, da passiert ja unglaublich viel. also man kann es sich gar nicht vorstellen, wie viel Geld, ich meine, allein wie viele Unternehmen in den letzten zwei Jahren an die Börse gegangen sind, die psychedelische Therapie in die Welt bringen wollen. Das hat dann wieder so ein bisschen so ein Dip gehabt. Es geht halt immer hoch und runter. Aber für mich ist der Zug jetzt gar nicht mehr aufhaltbar. Aber ich glaube auch, medizinisch dann irgendwann in Deutschland, also MDMA für PTBS soll ja wirklich bis 2025 auch in Deutschland kommen. Und dann so langsam quasi so in die Allgemeinbevölkerung und so, ah ja, das kann man jetzt ja medizinisch verwenden. Ah ja, das kann ja gar nicht so schlecht sein. Doktor, Arzt, von und so sagt ja auch, das ist gut. Okay, dann, ja, mein Sohn hat das ja auch mal gemacht. Keine Ahnung, irgendwie so wird es langsam passieren. Aber ich bin auch noch ein bisschen. Könnte aber bei MDMA hängenbleiben. Das ist das. Weil bei MDMA hast du halt immer noch Ansätze von Kontrolle, weil das hauptsächlich durch die Lebensminderung kontaktfördernd wirkt. Das heißt, könnte auch so sein, falls überhaupt noch so lange normale wirtschaftliche Möglichkeiten herrschen, das muss sich ja erst noch zeigen, aber dass die, dass man dann sagt, das ist noch kontrolliert genug. Also das kann man in einer kontrollierten Umgebung, kontrollierten Eröffnung des Menschen machen. Wer, also da, da kann das sein, dass das ein extrem lang, extrem lange dauert, wirklich. Also meine Erfahrung ist, also wir begleiten ja selber auch Menschen auf so hochdosierten Erfahrungen und wenn eine Person das möchte, wenn sie so ein ganz starkes, so, ja, ich möchte das, nicht so, ich mache es für andere oder so, hat und wenn sie dann gut vorbereitet ist, dann behaupte ich, ist so eine schlechte Erfahrung oder sowas, fast, also nicht unmöglich, aber sehr, sehr gering. Ja, das ist richtig. Set and setting, set and setting, das ist klar, das ist ja so, ja, klar. Set and setting. Ja, da hoffe ich auf jeden Fall, ich hoffe, dass es mehr Menschen irgendwie erreicht und ich hoffe auch, dass Menschen, die jetzt diesen Podcast gehört haben, dass sie das auch dann vielleicht noch ein bisschen mehr Interesse in denen gesparkt hat. Abschließende Frage, einfach für dich persönlich jetzt nochmal, du hast vorhin gesagt, Cannabis alle fünf Jahre sind psychedelische Erfahrungen jetzt was in deinem Leben, was gerade irgendwie einen Platz hat oder ist es auch so, ja, alle fünf Jahre mal, also hat das für dich irgendeine Regelmäßigkeit? Nö, das ist wegen der Sache mit dem Setting, also für die, die das nicht kennen, also es geht halt immer darum, in welcher Stimmung man gerade ist und wie die Umgebung sich anfühlt und so weiter und da ist das halt so, in Amsterdam haben die ursprünglich, da konntest du ja noch Pilze kaufen, da bin ich öfter und dann wurden aber irgendwie die oberirdischen Pilze dann irgendwie verboten und dann jetzt seitdem musst du halt diese Knollen, Trüffel, Trüffel, genau und ich bin da persönlich, also wie den meisten Menschen finde ich den Geschmack widerlich und ich habe auch so eine Art Hangover, aber jetzt nicht irgendwie nicht unangenehm, aber das ist halt so, dass ich dann immer, ich finde sowieso schon immer alles spannend und dann finde ich natürlich noch mehr Sachen spannend und dann ist das halt auch fürs Gehirn anstrengend und deswegen bin ich da sehr geneigt dazu, das nur zu machen, wenn gerade wirklich Ruhe oder die richtige Stimmung ist oder so, also ich bin jemand, der, also wenn überhaupt als Partydrogen oder sowas würde ich auf jeden Fall, finde ich auch MDMA eigentlich nicht so gut, sondern würde dann echt eher sagen, okay, wenn es dir jetzt darum geht, dann musst du halt ein Aufputschmittel oder sowas nehmen, dann kannst du halt hier hart durchfeiern, falls das noch 2CB gibt es ja jetzt, 2CB ist ja jetzt der Trend, das ist ja, man sagt ja von der Wirkung, Mischung aus MDMA und LSD, es ist ein relativ softes Psychedelikum, das heißt, es hat wenig von diesem Mind Trip, also dass du ganz tief in irgendwelche Welten eintauchst, sondern alles bewegt sich ein bisschen, alles ist ein bisschen intensiver, du bist euphorisch, aber es ist, ja, das ist psychedelisch für, gut für ein Party Setting und das ist ja gerade super trendy. Okay, gut, ja, okay, das, das kenne ich nicht, aber ich für mich selbst, bei mir ist halt einfach unheimlich selten die Gelegenheit, weil der, also ich habe neulich, habe ich nochmal was von den Trüffeln da, aber nur so eine halbe Menge, wo die, von der, also für die, die das nicht wissen, also wenn man das so in diesen Plastikdosen an Amsterdam kauft, dann sagen die ja so, das ist mehr, geht mehr so auf visuelle Halluzinationen, das sind mehr auditorische, das ist mehr Lächeln und Wohlbefinden und so, das ist auch vielleicht nicht falsch, ich will gar nicht sagen, ich glaube, das ist totale Bullshit, aber, ja, ich weiß es auch nicht, aber ich will dazu, ich will es nicht werten, ja, also keine Ahnung, und, weil das ist ja natürlich schon, wenn du die Information hast, ist ja klar, dass sie dann mit dir auch was macht, logischer, naja, jedenfalls, da habe ich das dann neulich nochmal gemacht, aber auch in so einer, in so einer eher niedrigen Dosis, also mir ist das lieber, wenn ich, wenn ihr, also meistens, wenn ich mit jemandem unterwegs bin und jemand das ausprobieren will, dann bin ich lieber der, der dann der Begleiter ist, weil, weil ich sowieso eigentlich das, was für mich wichtig war, sowieso schon mitgenommen habe, natürlich gibt es auch neue Sachen zu lernen und zu entdecken, aber für mich ist es eigentlich, ehrlich gesagt, spannender, dann ein bisschen zu gucken, wie das mit den anderen Leuten ist, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber früher gab es da ja auch so einen Begriff für, ich weiß nicht, wie das hieß, so Trip Guide oder, ich weiß nicht, gibt es da noch so ein Wort? Trap Sitter. Trap Sitter, genau, Trip Sitter, da bin ich lieber der Trip Sitter und danach, wenn dann jemand zum Beispiel sagt, okay, das möchte ich jetzt mal in einer bestimmten Menge, kleineren Menge mal zusammen auch machen, weil ich das interessant finde, dann kann man das vielleicht mal machen, aber zum Beispiel, was viele Leute ja dann so früher gesagt haben, als wir jünger waren, also, ja, du musst mal Sex haben, unter der Einwirkung von psychedelischen Drogen, so, da sage ich so, ey, wirklich, können wir, also von mir aus machen so, aber ich sehe da echt keinen Sinn drin, weil ich kenne auch hundert andere Methoden, wie man wirklich mindblowing Sex haben kann, nämlich hauptsächlich dadurch, dass man eine tiefe Bindung hat, viel miteinander redet und eine entsprechende Atmosphäre schafft. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Es ist nur ein Werkzeug Psychideker, es ist einfach ein Werkzeug aus dem Werkzeugkoffer, es gibt aber noch viele andere. Und das Zweite, was ich persönlich auch sage, wenn mich jetzt jüngere fragen, ist, dass ich der Meinung bin, dass du den Eindrücken, die du da gehabt hast, extrem viel Raum geben musst, mehr als allem anderen in deinem Leben, also sogar mehr als der Partnerschaftsbeziehung und das braucht Zeit. Das heißt, wenn du da regelmäßig dir so eine Auffrischung holst, ich rede jetzt nur von mir, also das kann jeder machen, wie er will, mir ist das völlig egal, aber, oder jede kann das machen, wie sie will, aber für mich ist das so, dass das, das muss selten passieren, weil das absolut einschneidend und grundsätzlich ist und ich habe keinen Bock da drauf, mich ständig mit grundlegenden, einschneidenden Sachen so auseinanderzusetzen, dass ich mich gut dabei fühle. Mir geht es jetzt gar nicht um tiefe Erkenntnisse, überhaupt nicht, sondern einfach nur so, ich spüre, dass das eine lange Zeit der Bearbeitung und Einbettung in das bisher Bekannte braucht und deswegen bin ich da also absolut nicht der Mensch für regelmäßige Verwendungen. Ja, ja, Safety first. Ich glaube auch, so merke ich es bei mir, irgendwann hat man, also nicht, dass man es gesehen hat, also es gibt immer viel zu lernen, sagst du es auch, aber manchmal ist einfach, das Leben lässt gerade nicht zu, dass ich so eine Erfahrung, wie du gesagt hast, das aufmache und dann ihr auch noch den Raum gebe, damit sie ihre Wirkung entfalten kann. Der Raum danach ist ja das Wichtige und ich beobachte natürlich viele Menschen, die denken jetzt auch, durch das, was wir vielleicht sprechen oder studieren so, ah ja, ich nehme das und dann geht es mir besser. Ich mache das jetzt auch. Jascha und Marc haben das gesagt. Das sollte es natürlich auch nicht sein. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich denke wirklich, wenn du, wenn du ein sehr, so eine, also wenn du jetzt keine PTBS hast oder nicht einfach ein neugieriger, offener Mensch bist und dergleichen, so wie wir das jetzt ja gut rausgearbeitet haben, sondern du bist wirklich jemand, der total verkorkst ist, der schwerst traumatisiert ist, der dann aber auch viel Scheiße gebaut hat im Leben und so weiter, dann denke ich mal, solltest du zunächst mal daran arbeiten, zu überlegen, wie du überhaupt eine Bindungsgestaltung, welchen Spielraum du für Bindungsgestaltung hast, weil was nützt dir das, wenn du unter MDMA jetzt insbesondere auf einmal erlebst, du kannst dich total gut binden und dann auf einmal gehst du wieder in deine normale Welt raus und merkst, alles liegt in Scherben und du auf den kleinsten Trigger hin drehst es schon wieder durch. Da ist überhaupt nichts mitgewonnen. Also deswegen würde ich auch sagen, es gibt bestimmt auch Leute, denen die psychedelische Erfahrung zunächst mal überhaupt gar nichts bringt, weil die erstmal ein bisschen, sagen wir mal so ein bisschen, sich erstmal Freiraumseele schaffen müssen, wo sie dann eben die von dir auch schon genannte und von mir auch angesprochene Zeit der Nachwirkung überhaupt reinbauen können und wenn ich das nicht habe, weil meine ganze, sagen wir mal, Seele, wenn du so willst, voll gerümpelt ist oder mein ganzes Nervensystem, dann ist das eine Scheißidee. Auf jeden Fall. Ja, war jetzt wichtig, das muss ich nochmal sagen. Hey Marc, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für dieses Gespräch. War sehr angenehm. Danke. Danke dir für die Anfrage. Also ich finde das super, dass du das so ausführlich machst. Das ist total cool, wirklich. Respekt. Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Mach ich hier mal stoppen. So, da sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, du hattest Spaß mit unserem Gespräch. Also wie gesagt, das war eins der witzigsten und angenehmsten Gespräche, das ich seit langem hatte. So müssen Podcasts meiner Ansicht nach sein, in denen man einfach auch ins Labern kommt. Das ist nicht einfach nur so klassisch Interview oder so. Und ich hoffe, du hattest einiges jetzt Neues herausgefunden über die psychedelischen Erfahrungen. Psychedelika, sehr interessante Substanzen. Und wenn du dich für Psychedelika interessierst, dann verpass nicht unser kostenloses psychedelisches Handbuch, das wir vor kurzem rausgebracht haben. Das sind circa 30 Seiten PDF, in denen du zu allen wichtigen Substanzen wie MDMA, LSD, Psythin und so weiter alle Informationen brauchst, sowie so eine Art Steckbrief und auch eine generelle Einleitung zum Thema Psychedelika. Wenn dich das interessiert, dann kannst du es dir einfach kostenlos runterladen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, äh Podcastbeschreibung. Oder du kannst bei uns auf die Website setandsetting.de und da gleich auf der Hauptseite oben kannst du dir das psychedelische Handbuch kostenlos zuschicken lassen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und hoffe, dass wir mit diesem Podcast etwas weiteres dazu beigetan haben, dass Psychedelika normalisiert werden in unserer Gesellschaft. Das sind nämlich schon ganz schön wertvolle Substanzen, ganz schön wertvolle Erfahrungen, sehr lebensverändernd. Ja, wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne 5 Sterne da. Ist nur ein kleiner Schritt für dich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Und ansonsten bin ich jetzt raus. Wir sehen uns beim nächsten Podcast wieder. Dein Jascha von Set und Setting und ciao. Und ansonsten bin ich jetzt raus. Wir sehen uns beim nächsten Podcast wieder. Dein Jascha von Set und Setting und ciao. Dein Jascha von